So! Schönen guten Abend und willkommen zurück zum Late Night Coding Retro. Heute wollen wir es mal mit Assembler probieren. Wo wir ein bisschen anfangen mit einem 6502er bzw. Unabhängig von 65010 Assembler. Was haben wir vorher gemacht? Vorher haben wir in den letzten zwei Stunden versucht, oder nicht nur versucht, sondern einen kleinen Faktalgenerator geschrieben in Basic, um mal zu gucken, wie schnell die ganze Sache zum Basic läuft und es war nicht wirklich schnell. Erwartungsgemäß. Das Ganze war auch nicht super optimiert oder war auch gar nicht optimiert, um ehrlich zu sein, sondern eher auf Lesbarkeit geschrieben. Aber es funktionierte und ich habe es auf Discord gepostet. Ich habe jetzt kein Video gepostet. Ich habe tatsächlich ein Video gemacht. Aber das war dann so groß und das hätte ich dann irgendwie, Gott weiß wie runter samplen müssen und dann wäre es immer noch 100 MB groß gewesen. Und ehrlich gesagt gibt es auch nicht viel zu sehen, außer dass das Faktal von oben nach unten langsam erscheint. Langsam ist das Stichwort. Und das einzige was man sehen kann ist, dass im inneren Bereich eben das Ganze erheblich länger dauert als im äußeren Bereich, weil die Iterationen mehr sind. Gut. Da braucht man aber eigentlich alles für heute erstmal nicht zu wissen, weil Grafik werden wir sowieso noch keine machen, sondern wir wollen uns ja eigentlich primär mit Assembler beschäftigen. Diese Faktalgeschichte ist ja nur Mittel zum Zweck, um immer mal die Basics verstanden haben, das Ganze ausprobieren zu können. Okay. Und Basics ist das richtige Stichwort. Ja. Und was habe ich so zur Vorbereitung gemacht? Ich bin ausnahmsweise mal so halbwegs vorbereitet heute. Das könnte sich vielleicht als ganz praktisch erweisen. Und zwar, ich habe erstmal geschaut, was gibt es so für verschiedene Assembler und insbesondere was ist mit dem Assembler, den wir hier schon mal auf dem E-POM gebrannt haben. Der ist ganz okay oder ist ein ziemlich guter. Den können wir also benutzen. Dann habe ich versucht rauszukriegen, wie man das Bilding benutzt, was unglaublich kompliziert war, eine Anleitung dafür zu finden. Dann habe ich als nächstes versucht, grundlegende Literatur zu Assembler in einer Sicht zu finden. Ich habe einen Haufen Bücher. Das sieht man auch da hinten. Ich habe einen Haufen Bücher. Über Commodore Computer sind noch ein paar Assembler-Bücher dabei. Aber keiner hat den Assembler benutzt, sondern irgendwie jeder benutzt seinen eigenen. Und ich fasse mich mal kurz, es war echt eine Katastrophe. Und irgendwann bin ich dann auf ein Buch gestoßen und ich zeige euch gleich das Buch. Das könnt ihr auch im Internet Archive herunterladen und mitlesen. Das heißt irgendwie... Das ist die Namen, die ich hinkriege. Das heißt, Assembly Language for Kids, Commodore 64. Ja, das soll man rüberziehen schonmal. So, da ist es. Ich kopiere euch gleich mal die URL davon rein. Und dann könnt ihr natürlich auch aus dem Internet Archive laden. Einfach nach einem Titel suchen, da findet man es auch sofort. Aber was mich an dem Buch irgendwie angesprochen hat, war irgendwo... Ich habe es jetzt gerade nicht gefunden, die Seite. Aber irgendwo steht drin, das ist total nervig. Man sucht sich in Wolf in Büchern und findet erstmal nur komplizierte Beschreibungen dazu, wie toll jetzt der Assembler XY ist und was der alles Cooles kann. Und man hat auch gar keine Ahnung, was das Cool überhaupt bedeutet und weiß nicht was. Und da ich irgendwie genau gerade so eine Suche hinter mir hatte, habe ich gedacht, ja cool, zumindest spricht es mich schon mal an. Und ich finde es bisher ganz okay. Es hat so ein paar Macken das Buch und manchmal ist die Pace auch, glaube ich, für Erwachsene ein bisschen langsam. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ehrlich gesagt, unter allen Büchern, die ich mir so angeschaut habe, und das waren so fünf oder sechs, finde ich es zumindest zum absoluten Einstieg bisher so das Beste. Gut, damit ihr nicht selber suchen müsst, suche ich mal eben dieses Zeug raus. Das ist nicht. Da habe ich das Buch gefunden. Und ja, dieser ist nicht so super dünn, hat 300 Seiten, wobei da ziemlich viele Listings dabei und so weiter. Aber wie dem auch sei, kann man ganz nett lesen. Habe ich dann mal so nebenbei, immer wenn ich Pause habe, so ein bisschen durchgegangen, bin die Beispiele durchgegangen und bin recht zufrieden. Das behandelt jetzt nicht den Assembler, den wir hier nehmen wollen, aber die Beispiele sind so nah dran. Und zumindest was die Basisfunktionalität anbelangt, das trivial zu portieren. Das ist also, ja, werde ich mich jetzt so ein bisschen da langhangeln. Ich schiebe es erstmal zur Seite und gehe mal wieder auf den View vom Computer, schalte mir 128 ein. Ich will das jetzt gleich auf der richtigen Hardware machen, finde ich irgendwie am nettesten. Aber ich erkläre auch gleich noch, wie man das Ganze in den weiß, was zum Beispiel ein sehr populärer Emulator ist für 64er. Wie man es da drauf kriegt. Okay, erstmal kurz, wie kriegt man es auf 128er? Das ist super simpel, zumindest in unserem Fall hier. Dazu starte ich den einfach nochmal neu und jetzt versuche die Reset-Taste zu drücken und sage einfach, er soll den Assembler, den Turbo-Assembler, den wir benutzen wollen, aus dem ROM laden. Dazu muss man die Control-Taste gedrückt halten. Also es geht nicht bei jedem 128er, sondern nur, wenn man die ROM gebrannt hat. Das haben wir ja vor einiger Zeit mal gemacht. Und dann startet das Ganze schon. Und da ist er. Der Turbo-Ill-Assembler 3.0. Ill-Assembler, das hat mich auch ein bisschen gekostet, das rauszukriegen, was das eigentlich heißt. Das heißt, dass der auch illegale Instruktionen ascentrieren kann. Was das wiederum heißt, dazu vielleicht später mal. Ja, und das Lustige ist eben, so zu diesem Punkt kommt man relativ schnell. Also wenn man sich einmal diesen E-Pomp gebrannt hat, falls den irgendjemand haben will, kann ich euch noch erklären. Also ich habe davon mehrere gebrannt. Also sollte jemand 128er haben, die haben alle einen freien Steckplatz für so einen Zusatzraum. Kann ich am Ende noch erklären, wie ihr da dran kommen könnt. Jedenfalls, wenn das Ganze startet, landet man offenkundig in dem Editor. Da kann ich also lostippen. Ja, so weit, so gut. Das funktioniert und wie man das Ding dann genau benutzt, da findet man nichts drüber. Man kann relativ einfach die Webseite von diesem Turbo-Ill-Assembler finden oder einen Klon davon. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Version ich jetzt hier auf dem ROM habe. Aber die Klonen sind im Prinzip, wie der Name schon sagt, genauso aufgebaut. Das Lustige an der Geschichte ist, da findet man dann irgendwann mal eine Liste von Tastenkombinationen, die man verwenden kann. Also ich zeige euch das mal. Ich habe die rauskopiert. Kann ich euch auch gleich noch darauf hinweisen, wo das ist. Da ist es. Ich habe es jetzt einfach nur mal hier in den Editor reinkopiert. Ja, also das ist schon mal ganz praktisch, dass man weiß, was denn so die verschiedene Tastenkombinationen sind. Und das bringt halt echt viele Tastenkombinationen. Erinnert mich so ein bisschen an BI. Und ja, das ist schon mal schön, dass man weiß, welche Tastenkombinationen drücken muss. Aber damit weiß man noch lange nicht, wie man das Ding bedient. Und das muss man sich irgendwie alles relativ aufwendig zusammensuchen. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie heute genau vermeiden kann, dass ich euch das zusammensuchen müsste, indem ich das einfach alles irgendwie mehr oder weniger konsistent zusammen erkläre. Illegale Instruktionen. Ja, also gut. Falls jemand wirklich nicht weiß, erkläre ich es kurz. Illegale Opcodes ist die richtige Bezeichnung. Also mit dem Assembler programmiert man halt. Okay, fangen wir einfach von vorne an. Was ist ein Assembler? Assembler ist sozusagen die zweitunterste Ebene, in der man Computer programmieren kann. Also die allerunterste Ebene ist Maschinensprache. Das heißt, man schreibt mehr oder weniger in Binär oder in Hexadezimal. Also jedenfalls auf der Ebene, wo man wirklich nur Zahlen hat, schreibt man quasi direkt die Instruktionen, die der Prozess ausführen soll. Ja, und das sind eben irgendwelche binären Zahlenfolgen. Ja, und die kann man auch in Hexadezimal oder Dezimal schreiben. Auf der Ebene sind die Zahlen. Ja, und das kann man auch gerne machen. Auf dem 64er geht das auch ziemlich einfach. Ja, also ziemlich einfach. Aber das ist nicht so besonders angenehm, wenn man irgendwie einen Befehl ablassen will. Und man muss immer, keine Ahnung, 87 schreiben, dass es gefehlt wird. Ja, so das ist die Normen nach Belgien. Das ist sozusagen die unterste Ebene, mit der man so einen Rechner programmiert. Und tiefer geht es auch. Also das ist genau das, was passiert. So, ich bin leiser als sonst. Okay, gut, dann schiebe ich mal mein Mikro rüber. Dann werde ich vielleicht ein bisschen lauter. Hier ist das. So, ich versuche noch was zu sagen. So, es ist jetzt ein bisschen lauter, wenn ich jetzt so rede. Test, Test, 1, 2, 1, 2. Okay, gut. Gut, also ja, das ist nicht besonders handlich. Okay, was ist die nächste Stelle? Und das ist genau das, was ein Assembler tut, ist, dass man für jeden dieser Maschinensprachbefehle, also die der Prozessor direkt ausführen kann, dass man dafür eine ganz kurze Buchstabensequenz hat. Im Allgemeinen sind es drei Buchstaben, das nennt man eine Mnemonics. Und das soll heißen, das sind merkbare Befehle sozusagen. Das heißt, man hat also zum Beispiel, was weiß ich was, LDA oder so als ein Befehl. So, und das Ganze nennt man Opcode. Also beziehungsweise das und das dieser Befehl, diesen Mnemonic übersetzt wird, das ist ein Opcode. So, und der Assembler ist an und für sich zunächst mal, oder ein einfacher Assembler, ist ein ziemlich simples Stück Software. Oder man kann ihn ganz simpel schreiben. Also das Einzige, was der macht ist, wenn man das Assembler-Programm schreibt, oder was er machen muss, ist, dass er quasi sowas wie LDA sieht. Und guckt dann in so einer Tabelle nach, also die findet man auch. Also hier habe ich zum Beispiel so ein Buch, wo die auch drin stehen. Guckt dann nach, was ist der, was ist der Opcode dafür. Ich kann es hier einfach mal nachschauen. LDA ist zwar jetzt nicht leicht zu finden, ist vermutlich das allererste, was die hier erklären. Ähm, ich suche es mal gerade eben. Heißt übrigens Load Akkumulator. Äh, komme ich gleich noch zu, was das eigentlich tut, wenn wir uns... So, hm, steht hier tatsächlich der Opcode nicht drin. Kann nicht sein. Moment. Ähm, zwei. Ähm, hm, tatsächlich. Steht hier nicht drin. Naja, egal. Also jedenfalls, im Prinzip ist so ein Assembler auf der einfachsten Ebene nichts anderes als ein Stück Software, der die Strings analysiert, die man so tippt und einfach sowas wie zum Beispiel LDA eine Zahl übersetzt. Ja, wir werden später sehen, je nachdem was für Argumente diese Mnemonics kriegen, hat das vielleicht... Ähm, genau, ne, was auch gerade jemand schreibt. Ähm, je nachdem was man für Argumente gibt, äh, hat das verschiedene Opcodes, ja, je nachdem ob man absolute, ähm, äh, äh, Adressierung verwendet oder indirekte Adressierung, aber dazu später mehr. Wie dem auch sei. Jedenfalls, der Assembler übersetzt das, ähm, äh, erstmal so eins zu eins. Ja, das ist im Prinzip eine Instruktion, das ist eine Maschinensprache-Instruktion, ja, wenn die das übersetzt wird. Genau. So. Ähm, und das ist, werden wir gleich sehen, das ist eine Ecke simpler, damit zu arbeiten, als, äh, jetzt diese Zahlen eingeben zu müssen. Ja, das ist das eine, was ein Assembler macht und dann gibt's noch ein paar andere Dinge, ähm, die er tut. Zum Beispiel Adressen ausrechnen, ähm, eventuell Makros ausführen, äh, dass er sowas wie Define scannt und so weiter und so fort, aber dafür alle, dazu alles viel später mehr. Aber grundsätzlich ist ein sehr simples Stück Software, ja, oder kann sehr simpel gebaut sein. Gibt dann auch optimierende Assembler und weiß der Teufel was, aber, ähm, die sind zum Teil relativ kurz, ähm, so kurz, dass man sie sogar selber abtippen kann. Ähm, wenn man jetzt also mal wieder zu diesem Assembly, ähm, Language for Kids zurückgeht, ja, dann ist da tatsächlich am Ende des Buchs. Wo haben wir's? Ne, da nicht, äh, das ist in Basic, also muss es so Basic mäßig aussehen. Genau, dann ist hier, wenn man keinen hat, ähm, ist einer drin, und ich bin auf falschem Bildschirm, da, ähm, ist hier ein Assembler drin, den kann man einfach abtippen. Na, also der ist nicht mal übelst lang, ähm, also für, für damalige Zeiten, ne, also, äh, hat so 265 Teilen, ne, die sind ja immer in 10er Schritten allgemein nummeriert, ja. Also, das geht noch, ja, das ist wirklich nicht, ist wirklich nicht riesig, und, und hier sieht man, hier sieht man zum Beispiel diese ganzen, äh, diese ganzen Konvertierungen, ja, wo er halt einfach end in zum Beispiel 45, so wie es aussieht, ähm, umwandelt, ja. Also im Wesentlichen ist das so eine, ist so ein Assembler, so eine dicke, fette Lookup-Tabelle, die eben diese Mnemonics, die hat man hier, und hier haben wir auch irgendwo LDA, äh, eben in verschiedenen Ausführungen. Schauen wir mal, ob ich's finde. Ähm, hier zum Beispiel, ja, und da ist, äh, da ist dann die andere Mnemonic mit, äh, der absoluten Adressierung, ähm, äh, mit dem, ähm, Moment, wie nennt sich das nochmal, Immediate Mode Adressierung, ähm, 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 das führt dann eben zu, zu so einem anderen Code. Na, also LDA sehen wir jetzt schon mal, wo haben wir es da, ist zum Beispiel in Dezimal der, äh, Befehl oder der Opcode 165. So, und jetzt zurück zur Frage, was sind illegale Opcodes? Ähm, nicht alle, äh, Zahlen sind benutzt, also nicht alle möglichen, ähm, Opcodes sind klar definiert, sondern ein paar von den, äh, von den IDs sozusagen, es gibt 151 Befehle auf dem, ähm, äh, auf dem, äh, 6502 Prozessor und wir haben 8 Bit, das heißt, wir haben 255 oder 256, äh, Opcodes prinzipiell zur Verfügung und, ähm, ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann, hier zum Beispiel, ne, 1721, die dazwischen gibt es offenbar nicht, sondern kann ich aber trotzdem benutzen und einige davon führen auch zu deterministischem Verhalten, also, das heißt, die kann man auch für irgendwas benutzen, ähm, und, und auch wiederholt benutzen und es gibt davon auch ein paar, die ziemlich cool sind wohl. Und das ist jetzt zurück, das, ne, das ist ein, äh, Ill-Assembler, das ist also ein Assembler, der definiert auch für eigentlich nicht gültige Opcodes so Kurzschreibweisen. Okay, Platin-Macher, äh, vielen Dank für, ähm, für, ähm, für deinen Rate, äh, und, ähm, willkommen hier, äh, in meinem Stream. Ähm, ich hab leider kein Willkommensvideo für diejenigen, die letztes Mal da waren, ich war mächtig neidisch, als ich das bei, äh, Paleontologizing gesehen hab, äh, und dachte, oh, wenn ich, wenn man Zeit hab, soll ich sowas vielleicht auch mal machen, aber wir machen häufiger Videos von unserer Forschung und daher weiß ich, was das für eine Schweinearbeit ist, sowas zu erstellen. Aber gut, ich erklär's, äh, trotzdem kurz, was wir hier so machen. Generell verschiedene Dinge, äh, im heutigen Stream und generell, äh, oder in der aktuellen Serie machen wir so ein bisschen Retro-Computing. Und, ähm, heute sind wir dabei, ähm, Assembler-Programmierung zu starten. Und zwar so ganz basic, also wirklich, ähm, äh, von Anfang an. Ähm, und, ja, okay, Video fand ich auch ein bisschen sehr lang. Ich dachte mir auch, okay, die Leute, die schon zuschauen und die bei jedem Rate jetzt dieses Video ertragen müssen irgendwann, ja, äh, die müssen jetzt nicht angepisst sein. Aber, ähm, wenn man neu ist, fand ich's cool, also, äh, ich fand's nicht was lustig gemacht. Gut, also, äh, willkommen, ihr habt jedenfalls noch nichts verpasst. Ich erzähl gerade, ähm, erstmal, was eigentlich Assembler ist und, äh, wir haben noch keine einzige Zeitle-Code geschrieben. Ja, nurbend. Okay, also, äh, wollen wir aber irgendwann hoffentlich machen. Äh, und zwar für den Prozessor, wie er im 128 drinsteckt, der gerade hier vor mir steht. Und im Prinzip der gleiche steckt auch im 64er drin und im Prinzip der gleiche oder nahezu gleiche steckt auch in der Floppy drin und im VC20 und in ganz vielen anderen auch. Im, äh, im, äh, im Apple-Computer ist er auch drin. Ähm, äh, äh, die Datas kann man unter Umständen aus einer Datei lesen. Könnte man theoretisch, ähm, also, das Ganze tippt man natürlich nicht jedes Mal neu ab, hoffentlich. Also, äh, außer man war damals sehr sparsam und hat weder ein, äh, ein Tape-Laufwerk noch, äh, ein Disketten-Laufwerk, dann hätte man es bei jedem Start neu abtippen müssen. Aber egal, wie schnell man so tippt, ähm, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Weil insbesondere, wenn man anfängt, dann crasht man die Maschine schon relativ häufig und dann müsste man es immer abtippen. Also, ich glaube, die Idee ist, dass man das einmal abtippt und dann normalerweise auf Diskette speichert und dann lädt, ne? Und dann lädt es sowieso. Okay, ähm, wie dem auch sei, jedenfalls, ähm, das, äh, das nur dazu, dass das wirklich ein überschaubares Stück Software ist, so ein Assembler. Ne, also den, den wir hier benutzen, der ist in der Tat eine ganze Ecke komplexer als dieser Kids-Assembler hier, der mitgeliefert wird. Aber, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass es in der ersten Näherung ziemlich einfaches Stück Software ist. Gut, ja, also wie man hier schon sieht, das ist eben die Liste, ne, mit den Tastencodes, der insbesondere der Editor, ähm, den der Assembler mitbringt, den wir benutzen, ist wesentlich mächtiger als der Editor von diesem Kids-Assembler, wenn man das überhaupt Editor nennen kann, ja? Ähm, so, gut. Okay, also soviel, soviel schon mal dazu. Wie gesagt, was wollen wir benutzen? Ich gehe nochmal zurück, wir wollen diesen, äh, Turbo-Assembler benutzen, einfach deswegen, weil ich keinen ROM dafür habe, weil das ein ziemlich guter Assembler wohl auch ist, also auf jeden Fall ist er ziemlich schnell, ähm, und, äh, er lädt halt instantan, wenn man ihn im ROM hat. Und das ist schon ganz praktisch, wenn man es auf einer echten Maschine machen will, äh, wenn man es jetzt im, ähm, im Emulator machen will, also zum Beispiel eben weiß, dann ist es egal, dann kann man ihn in Warp-Mode umschalten, dann lädt er auch ziemlich schnell. Aber, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich möchte es gerne auf einem echten, auf einer echten Maschine machen. Deswegen ist das, ist es sozusagen meine erste Wahl gewesen. Gut, also, soviel, soviel zur, zur Wahl der Software jetzt. Wie kriegt man das Ganze auf dem Computer installiert, falls ihr mitkoden wollt? Ich erzähle, ich mache den gerade mal aus, ähm, ich erzähle das auch immer beim, äh, in der Programmiervorlesung. Das Sinnvollste ist, man, man macht's, wenn man programmieren lernen will, und das gilt auch auf jeden Fall fürs Assembler-Programmieren. Und man, ähm, äh, versucht nicht einfach nur zuzuhören, weil ansonsten kann man sich den ganzen Kram nicht merken. So, also, wie gesagt, entweder Originalkiste besorgen, ähm, 64er sind eigentlich nicht teuer. Also, die kriegt man ziemlich günstig bei Ebay, Ebay-Kleinanzeigen. Ja, die 128er sind schon was teurer, aber, ähm, wenn man sich interessiert, ähm, für 100 Euro, äh, kriegt man auf jeden Fall ein Laute. Laufwerk und, ähm, Computer, ja, und mehr braucht man eigentlich auch erstmal nicht, also Disketten-Laufwerk. Ja, aber, ähm, gut, wie macht man's, äh, wie macht man's mit Ys? Erstmal Ys selbst installieren. Ich hab den hier noch nicht drauf, ich hab auf dem Rechner hier gar nichts drauf. Das ist, glaube ich, ganz praktisch, da kann man das alles mal durchspielen. Ähm, ich mach das einmal, wie gesagt, ich benutze es gleich nicht, aber trotz alledem, äh, spiel's mal durch, weil Ys zu installieren ist trivial, ja. Äh, 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 okay, äh, äh, genau. Versatile. Commodore-Emulator, ähm, das ist so clicky-bunty, ja. Ähm. Ja, genau, richtig. Aber ich glaube, äh, doch, ich hab auf, ich hab auf Ebay tatsächlich, äh, glaube ich, gerade einen 64, den ich verkaufe, stimmt. Ja, ich sammle auch selbst Hardware und da kommt es ziemlich häufig vor, dass ich nur einen Teil Hardware suche, zum Beispiel irgendwie ein Floppy Laufwerk oder sowas ähnlich besonderes und das kommt meistens als Bundle, wenn das irgendjemand verkaufen, deswegen habe ich tonnenweise 64er und 128er über und die verkaufe ich dann weiter, weil, wie gesagt, mich nur ein Teil davon interessiert. Gewöhnlich repariere ich die dann noch, weil die im allgemeinen irgendwie versifft, kaputt oder irgendwie anders was sind. Gut, aber nichtsdestotrotz laden wir es mal runter, aber tatsächlich habe ich denselben Namen auf Ebay wie hier. So, dann laden wir das jetzt mal hier für die Maschinen runter. Ja, ähm, ist auch fertig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich auf, na doch, ich habe hier Homebrew drauf, aber ist egal. Wir machen es jetzt einfach mal so, dann ist es nämlich der, der Windows-Installation auch ein bisschen näher, weil auf Windows hat man normalerweise keinen Package-Manager drauf. So, und das ist jetzt kann Downloads gelandet, äh, was wiederum da ist. So, da haben wir so ein Clicky-Wunty-Package, auch hat man hier gar nicht, ist sogar noch einfacher. Unter Windows habt dann, habt ihr so ein weiter, weiter, weiter. Hier ist das noch ein bisschen einfacher, da installiere ich das einfach. So, sehr schön. Ähm, hier war da mal Passwort ein. So, okay. So, jetzt liegst du rum. Na, komm. Und dann haben wir hier einfach so einen netten Ordner. Und da können wir das zum Beispiel so direkt starten. Und das war es dann im Prinzip eigentlich auch. Jetzt erstmal zum Starten des Emulators. Ja, also ich könnte jetzt auch einen 128-Emulator starten, aber hier haben wir es jetzt schon mal als 64. Ich habe übrigens unser Faktal-Programm auch mal im Emulator laufen lassen. Einige von euch haben das ja auch gemacht, insbesondere wenn man den auf Warp-Mode umgeschaltet hat. Dann ging es auch eine Ecke flotter, aber es hat immer noch ewig gedauert. Also auf meinem relativ schnellen Notebook hat es, glaube ich, immer noch eine Dreiviertelstunde gedauert oder so, bis das durchgerechnet hat. Also, äh, es ist schon krass, was das, äh, was das für einen Unterschied macht. Ja, ähm. Ähm, ja, also jetzt hat man das Teil, kann er munter rumtippen. Ja, wenn man 128er haben will, äh, geht auch. Ähm, dann muss man einfach nur den 128er starten. Da ist er. Also im Prinzip nur andere Parameter für denselben, ähm, für denselben, ähm, ähm, äh, ähm. Selbem Programm. Hier gehen zwei Fenster auf. Das liegt daran, dass der 128er zwei Grafikkarten hat, kann man es Grafikkarte nennen. Äh, zwei Grafikprozessoren, sag ich mal, und, äh, zwar 40 und 80 Zeichenmodus und der macht direkt beide auf. Ja, also ginge auch. Das nächste, was man dann machen muss, ist, ähm, bleiben wir mal beim 64er, ähm, weil wir sowieso nichts für den 128er erst mal entwickeln wollen. Was man dann als nächstes machen muss, ist, ähm, ein Disketten-Image, ähm, erzeugen. Ähm, 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 Homebrew oder Macbord? Äh, ich hab, ich hab Homebrew drauf, glaub ich. Äh, ist aber auch so eine, äh, so eine Sache, über die ich lieber gar nicht sprechen will, bevor wir da wieder anfangen, was da jetzt das Bessere ist. Ähm, ja, das nächste, was man braucht, ist eine Disketten, äh, Disketten-Abbild. Da kann man dann so, ähm, äh, create and attach empty disk image machen, ähm, und dann sagen wir mal Desktop von mir aus. Ja, darfst du auch zugreifen. Und dann, ähm, ähm, äh, erzeugen wir ein Disk-Image. Ich nenne es mal Test. Ähm, und dann ist das gemounted. Das sieht man hier unten. Und ich weiß gar nicht, ob das direkt formatiert ist. Ähm, ich benutze weiß halt irgendwie nie. Aber gucken wir mal, kann ich das, ähm, direkt... Oh, sieht gut aus. Okay, das wird tatsächlich direkt freundlicherweise formatiert. Also ist jetzt eine leere Diskette. Ähm, so, als nächstes, äh, müssen wir jetzt irgendwie, äh, diesen, diesen Assembler, ähm, runterladen. Und da fängt es schon an, nicht mehr ganz so spannend zu werden. Äh, nämlich, man muss erst mal das Ding auftreiben. So, ich mach den mal zu. Ja, so, und das Einfachste wäre, äh, TAS, so heißt das Ding, einzugeben. Und da geht schon das hier auf. TAS64 Sourceforge. Ähm, das ist im Prinzip schon gar nicht so völlig falsch. Äh, warum gibt der mir jetzt direkt das Manual? Eigentlich wollte ich die Hauptseite haben. Nur blöderweise kann man damit nichts anfangen, weil das ist zwar das, was wir haben wollen. Also das ist eine, äh, so ein Klon von diesem Omikron TAS. Ähm, und das ist, glaub ich, der, den ich im ROM habe. Aber, ah, da ist es. Die will ich haben. Aber wenn man das Ganze runterlädt, also, braucht er nicht machen. Mach es trotzdem mal, spaßhalber. Ähm, dann, wenn ich mich recht erinnere, ist das eben Cross-Compiler. Den könnte ich jetzt direkt unter Windows ausführen. Oder unter DOS, oder was auch immer. So, gucken wir mal. Ähm. Ähm, so. Genau, das erste, ja, das ist noch besser. Genau, noch besser. Das erste, was man findet, ist der Source-Code dafür. Äh, ist noch schöner. Ja, genau. Also den Source-Code in C, den wollte ich jetzt nicht haben. Okay, also wieder zurück. Dann, wenn man noch ein bisschen länger sucht, findet man tatsächlich auch das Binary dazu. Aber nochmal, das ist auch nicht das Richtige. So, und wenn man noch ein bisschen länger sucht, äh, ähm, dann, wenn man Glück hat, dann findet man, ähm, irgendwann mal, dass, äh, Turbo ein Disketten-Image. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich schon, genau. Ähm, dann findet, kommt man auf diese Seite, TurboStyle64.org. Und da ist man schon ganz nah dran, bis auf die Tatsache, dass sich das dann dummerweise nicht mehr TAS, sondern TMP nennt. Äh, und das hat mich erstmal irgendwie ziemlich durcheinander gebracht. Aber, äh, da muss man einfach ein bisschen standhalten bleiben. Und hier oben rechts, Turbo Macro Pro September 06 runterladen. Ja, dann das SIP-File runterladen. Sich nicht abstrecken lassen, dass das irgendwie auf einmal völlig anders heißt. Und da ist dann tatsächlich eine Datei mit der Erweiterung D64. Das ist ein, äh, äh, D64-Disketten-Image. Und die frisst, äh, weiß direkt. Die, die könnte ich auch auf eine, ähm, Diskette packen und auch auf meinem, auf meiner echten Hardware ausführen. So, das machen wir mal und sagen, bitte mounte mir das direkt. Und dann lädt er, äh, oder versucht zumindest das zu laden. Das scheint auch mal nicht gut zu gehen. Gucken wir mal. Was ist da drauf? Okay, gut. Ja, das, das, er kann nicht direkt das erste Programm laden. Wobei Sternchen nicht das erste Programm lädt. Äh, aber, äh, das erkläre ich lieber am andermal. Ähm, oder nicht zwingend. Aber, äh, jedenfalls, da ist alles mögliche drauf. Und was wir wollen, oder was ihr wollt, ist, glaube ich, einfach den Plain. Und der ist der hier. Ich mich recht erinnere. So, probieren wir es mal. So. Er sucht danach. Er lädt ihn. Hören wir so auf fertig. Ja, ich glaube, Command, äh, Control-W ist Warp-Mode, wenn ich mich recht erinnere. Ja, dann noch ein bisschen schneller. Okay, ready. So, runter. So, jetzt kommt der nächste Schock. Wenn man dann sagt Run, passiert genau nichts. Und wenn man sagt List, überrascht einen das auch nicht, weil da ist scheinbar nichts passiert. Ähm, so, und das findet man, wenn man ganz genau hinguckt, tatsächlich, das habe ich aber erst viel später gesehen, in dem anderen Dokument mit den ganzen Shortkeys, da steht es oben freundlicherweise drin. Ähm, man muss das, ähm, oder das machen, oder, äh, unter Umständen hier ein 8 eingeben. Das hängt so ein bisschen davon ab, was man genau hat. Also, probieren wir es einfach mal aus. Da stand sowas wie Sys. Ich erkläre auch gleich, warum man das machen muss. Das macht auch alles total Sinn. Aber das Dumme ist, das ist alles backwards. Das heißt, wenn man einmal, ähm, das war jetzt natürlich falsch, ähm, ich vertippt. Wenn man einmal weiß, wie so ein Assembler funktioniert, dann, äh, ähm, Moment. Äh, also nochmal Sys. Sys tippen kann. Probieren wir mal 8 mal 4096. Genau. Tadaa, und dann geht das Ganze. Also, das heißt, wenn man einmal weiß, wie das Ganze funktioniert, warum es so funktioniert, warum Run nicht klappt, warum man Sys eingeben muss, da kann man das Ding auch benutzen. Ähm, der Haken ist, normalerweise, äh, weiß man das ja nicht, wenn man das Anfänger ist, ähm, oder Anfängerin ist. Okay, also, ähm, Moment, jetzt mal schauen, wie, komm ich bei der Tastatur raus. Okay, das ist nicht, das müsste, das ist auch, okay, so, komm raus. Gut, erkläre ich gleich auch, was ich da jetzt gemacht habe auf der Tastatur. Also, erstmal, warum verhält sich das so, wie sich's verhält? Ähm, gut, ihr kennt, wenn ihr ein bisschen Ahnung vom 64er habt, kennt ihr eben die Befehle, die ich da grob eingetippt habe, ne? Also, was tut, was tut mein, mein erster Befehl hier, der sagt, bitte lade das Inhaltsverzeichnis von, äh, Gerät 8 und Gerät 8 ist im Allgemeinen das erste Floppy-Laufwerk, ja, ist insbesondere hier im Weiß das, ähm, Floppy-Laufwerk und das kacke jetzt erstmal ab, ähm, das heißt, wir resetten die Kiste mal, damit das überhaupt funktioniert noch, nachdem ein paar andere Sachen passiert sind, also nochmal, so. Also, dann krieg ich den Inhalt, na, dann sucht er den Inhalt, lädt das Ganze, ich hab das auch letztens schon mal erklärt, dass das so ein, äh, ziemlich komischer Hack ist, äh, mit dieser, mit dieser Directory-Laden beim 128er haben sie das ein bisschen gefixt, aber wir wollen ja 64er machen. So, also, äh, dann kann ich mir über List den Inhalt angucken, List listet ja eigentlich das Programm, ne, aber ihr in dem Fall zeigt es den Inhalt an. So, und unter normalen Umständen würdet ihr wahrscheinlich, ähm, wenn ihr ein Programm laden wollt, oder seid das irgendwie gewohnt, irgendwie sowas zu machen, ne, äh, und dann lädt man, äh, dann lädt man das Spiel und dann geht's los, ne, und was heißt das, ähm, das, da kommt komischerweise, äh, äh, noch ein weiterer Buch, äh, noch was dazu, da steht jetzt nicht nur Komma 8, das kräht, sondern auch noch Komma 1, und das heißt, bitte, da kann man übrigens alles hinschreiben, solange wie man keine Null hinschreibt, also Komma 8, Komma 8 kann man zum Beispiel auch tippen, oder Komma 8, Komma 227 ist genau dasselbe, Hauptsache da steht nicht Null hinter, ne, die Zahl selbst ist egal, das ist quasi ein Boolean, ähm, wenn das eben ungleich Null ist, heißt das, bitte lade das Programm dahin, wo es geladen werden will, ähm, und was das genau mit dem Dahin auf sich hat, das werden wir nachher noch, ähm, alles exzessiv kennenlernen, äh, oder kennenlernen müssen, wenn man ja selber Assembler schreibt. So, lässt man das weg, wird das Programm übrigens auch an eine bestimmte Adresse geladen, nämlich an die Adresse, wo die Basic-Programme hingehören, äh, wie gesagt, was es mit diesen Adressen auf sich hat, dazu später mehr. So, die meisten denken, dass, ähm, oh, cool, wie komme ich denn, wie komme ich denn mit dem Cursor nach vorne, naja, äh, die meisten denken, dass Sternchen heißt, lade bitte das, äh, erste Programm auf der Diskette, das ist aber nicht ganz korrekt, äh, sondern, das heißt, lade bitte das letzte zugegriffene Programm, außer, du hast noch nie auf irgendwas zugegriffen, dann nimm bitte das erste, ja, und, ähm, im Allgemeinen hat man, äh, wenn man gerade eine Diskette einlegt und die zum ersten Mal liest, noch nichts getan, und dann ist das tatsächlich dasselbe, ist aber nicht ganz richtig, wenn man wirklich das erste Programm haben will, muss man das übrigens so tippen, ja, dann ist das safe. Ja, ähm, äh, so viel, so viel nur am Rande zum, zum Syntax dieses Calls, weiß aber kaum einer, weil es in den meisten Fällen tatsächlich auch keinen Unterschied macht. So, und jetzt wollen wir aber, da da ein Haufen Kram drauf ist, wollen wir den, ähm, die, den simpelsten laden, also ohne, äh, diverse Erweiterungen, und das ist eben genau dieser hier, ja, und das könnte ich jetzt abtippen, diesen String da, oder ich schreibe es einfach direkt hier hin, so, gut, das Ding lädt sich da nochmal, ich lade es jetzt nochmal neu, ähm, und, es wird aber eben im Rahmen dieses, dieser Prozedur, diesen Code zu laden, und wird eben nichts in den Basic-Bereich geladen, ja, sondern es wird eben, weil ich ja, 0,8, 0,8 jetzt in dem Fall, oder 0,8, ähm, true eingetippt habe, ähm, ähm, an der Stelle wird einfach nur gesagt, bitte lade diesen Assembler jetzt in einen bestimmten Speicherbereich, so, und, ähm, ähm, äh, da muss man den dann sozusagen auch starten, und das tut man eben nicht mit dem Run, sondern, das tut man eben mit so einem anderen Befehl, der eben Sys heißt, was tut Sys, das ist ein Basic-Befehl, und Sys, ähm, bekommt einen Parameter, und dieser eine Parameter ist die Speicheradresse, zu der er hinspringen soll, und da, äh, die Instruktion ausführen, die er da hoffentlich findet, ja, da kann man auch sehr viel Unsinn machen, wenn man da nämlich das Falsche eingibt, dann, ähm, ähm, ja, springt man irgendwo einen Random-Speicherbereich, und der Prozessor versucht, die Zahlen, die da drin stehen, neben Zahlen, eben als Op-Codes zu interpretieren, und da habe ich ja eben schon drüber gesprochen, dass diese Op-Codes im Prinzip nichts anderes als Zahlen sind, und, ja, tut dann irgendwas, was im Allgemeinen dazu führt, ist das System ziemlich schnell crasht. Wenn ihr ein bisschen Glück habt, nehmt da wenigstens vorher noch die Floppy mit, äh, die gerade drin steckt, oder ganz böse Sachen können dann passieren. So, und jetzt, ähm, da muss man eben wissen, ähm, dass dieser, äh, äh, Turbo-Assembler sich eben an dieser Stelle, äh, äh, ähm, ähm, also quasi 8x4k. An der Stelle liegt er, und wenn ich da hinspringe, dann wird der Editor ausgeführt. Ja, so, warum legt er sich nicht irgendwie dahin, wo auch die Basic-Befehle sind? Ähm, die, die Idee ist, dass man, ähm, hinterher, damit er seine eigenen Programme schreibt, mit diesem Assembler. Ja, das heißt, äh, in dem Moment sind dann im Allgemeinen zwei Dinge im Speicher. Also, es sind noch ein paar andere Dinge im Speicher, aber, äh, wie man sozusagen selbst verzapft hat, ist einmal der, ähm, Assembler mit seinem Editor und allem drum und dran, plus, ähm, äh, plus die, äh, äh, plus das Programm selbst. Ja, ähm, deswegen, ähm, ja, äh, muss man sich auch überlegen, wo man eigentlich sein Programm hinlegt und der versucht, sich eben so ein bisschen nach hinten zu legen. Ja, genau. Na, im Prinzip habe ich ja genau das gesagt, ne? Äh, klar, man könnte, man könnte in der Datei nachgucken, äh, was da für eine Adresse drinsteht, das ist richtig. Da müsste man eben so einen Sektoreditor oder sowas benutzen, also sich die Datei angucken, ähm, oder die mit einem eigenen Programm laden, aber, äh, am einfachsten ist, man weiß, was drinsteht und das steht eben in dem Fall, bitte pack dich an diese bestimmte Stelle. Ja, gut. Okay, super, hast du es auch hingekriegt. Okay, ähm, äh, was, was sollen wir reinschreiben? Ich trinke gerade mal was. Ähm. Irgendeine Adresse? Das, ach so, den Startbefehl. Okay. Ähm, 8x, 8x4k. Ähm, gut. Also, äh, wie kommt man dann aus dem Ding wieder raus? Das ist das Nächste, wie kommt man aus dem Scheißteil wieder raus, ja? Ähm, das ist, wenn man jetzt auf meine Textdatei guckt, die ich noch irgendwo offen habe, hier, äh, eben einer der, äh, einer der Befehle, und zwar nicht mal der Erste, sondern irgendwo in dieser Liste steht mal Beenden. Also, ich weiß, was es ist, aber es ist tatsächlich der Letzte. Exit vom Turbo, also, ja, okay. So was da. Äh, jetzt muss man wieder nach ganz oben zurückgehen. Also, eins ist klar, okay, da kriegen wir gerade noch hin, aber man muss nicht die geschweifte Klammer aufmachen, sondern, hier oben steht, ist the Back-Arrow-Key. Okay, was ist der Back-Arrow-Key? Ähm, das ist, wenn wir mal eine richtige Tastatur nehmen, ähm, ich versuche gerade meine Kamera hier zu greifen, ja. Das hier ist eine 128er-Tastatur. Ähm, das da ist der Back-Arrow-Key. Also, das ist auch nicht der normale Cursor vom 64er, ist auch nicht der Cursor vom 128er, die Cursor vom 128er, die gibt es nämlich auch noch. Die sind aber im 64er-Modus nicht aktiv. Nein, es ist dieser ominöse Pfeil hier. Ähm, ja, so, den muss man drücken, und das ist dann so ähnlich wie bei VI, das ist quasi so der Kommando-Key, ne. Und den muss man drücken, gefolgt von 1, und dann geht man raus. Das Summe ist, diese Taste gibt es nicht auf einem, äh, auf einem normalen PC, ja. Also, ich meine, wofür braucht man, verflixt noch mal drei verschiedene nach Links-Pfeile, ja. Und wenn man den Back-Space noch mitzählt, hat man noch einen. Ähm, und, ähm, wie kriegt man das? Wenn man das sehen, in weiß ist, der liegt der standardmäßig, glaube ich, auf, äh, auf der Taste End. Also, ne, ähm, Page, äh, also man hat hier diese beiden Tasten, ähm, die sind dummerweise beim Mac nicht beschriftet. Deswegen, da sind nur so Pfeile drauf. Ich glaube, dass die heißen, ähm, Pos1 und End, ne, äh, wenn ich mich recht erinnere. Sind die jedenfalls da über den Cursor-Kasten. Also man drückt diese spannende End-Taste und dann 1, und dann kommt man raus. Hurra! Ja. Das ist das Nächste, was man wissen muss, wenn man wieder zurück will. Dann gibt man wieder BravSys ein. Und, äh, komischerweise auf meinem, äh, der Assembler, den ich auf dem Rechner drauf habe, reicht auch durch Store zu drücken. Ähm, aber hier muss man es jetzt, glaube ich, wieder Brav tippen. Ähm, 4 mal, ähm, nicht Quatsch, nicht 4 mal, 8 mal 4.096. So, und dann ist man wieder drin. Äh, das heißt, ähm, man schließt das Programm nicht. In dem Sinne, äh, als dass man den Speicher irgendwie freigibt. So, so ein Konzept gibt es überhaupt gar nicht auf dem 64er. Das ist alles viel einfacher. Ja, sondern man springt einfach, äh, äh, genau, 4 mal 8.200 oder direkt die ausgerechnete Zahl eingeben, wenn du willst, ja. Sondern, ähm, also du, du springst einfach, man springt einfach wieder quasi zurück in, in das aufrufende Programm. Ja, das werden wir auch noch gleich, äh, sehen, was es mit diesem Return auf sich hat. Aber, damit landet man wieder in den Basic, äh, äh, Code drin. Aber der Code liegt immer noch da rum im Speicher. Ja, von selbst wird da gar nichts weg, platt gemacht, äh, vom, ähm, vom C64. Und damit kann ich da hin auch wieder zurückspringen. Ja, und das ist immens praktisch, weil ich kann jetzt mein Programm coden irgendwo anders im Speicher. Und solange wie ich aufpasse, dass da, wo ich mein Programm ablege, nicht gerade eine Speicherstelle ist, die von meinem, äh, äh, Assembler selbst benutzt wird oder von irgendwas anderem. Und das ist gar nicht so einfach, äh, dann die richtige Speicherstelle später zu finden, wenn das Programm mal wachsen sollte, ja. Aber, ähm, wenn ich das irgendwie vernünftig gewählt habe, dann kann ich quasi beide Programme und noch viel mehr Programme, äh, gleichzeitig im Speicher halten. Es wird natürlich immer nur eins ausgeführt, aber, ähm, man kann die parallel benutzen. Ja, ähm, also soviel erstmal zu den Grundlagen. Jetzt ist es noch ein paar Fragen, die ich vielleicht übersehen habe. Äh, war das eben mit Sys333. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe das auch gesehen in dem Dokument. Ähm, ähm, probieren wir mal aus, ob das vielleicht irgendwie auch funktioniert. Ähm, so, gehen wir mal raus. Hm, ne, das geht nicht. Ähm, was stand denn da genau? Moment, gehen wir mal zurück. Äh. Ähm, ähm, da hast du das war unten, ne? Ähm, also was mit diesem 333 auf sich hat, das kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, äh, also das ist klar. Das ist jetzt halt einfach die, die, die ausgerechnete Adresse. Was das ist, weiß ich auch nicht. Scheint ja auch nicht zu funktionieren. Tut glücklicherweise auch sonst nichts Schlimmes. Ähm, könnte natürlich sein, dass er da irgendwas noch an der Adresse abgelegt hat. Ich habe noch einen Sprung zu der, zu der richtigen Adresse, aber zumindest funktioniert es ja nicht. Also, ähm, wie gesagt, das bringt einen auf jeden Fall wieder zurück. Ähm, neun, ja, ähm, stimmt. Das ist das nächste, was man wissen muss. Ähm, nehmt lieber acht. Ähm, neun, neun wird, glaube ich, auch ins Nirwana führen. Probieren wir mal. Genau, also haben wir jetzt Glück gehabt, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ja, ähm, ähm, also nehmt einfach acht. Das hängt wahrscheinlich jetzt wieder davon ab, welchen dieser, ähm, welchen dieser, ähm, äh, welche Implementierung man benutzt. Dass die andere irgendwie an einer anderen Speicherstelle steht. Aber acht funktioniert jedenfalls. Ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nicht ausgerechnet, was, äh, 8 mal 4K sind. Aber das sind halt, äh, ja, 32.768, wenn es wohl sein, ne? Ähm, ja, wie dem auch sei. Jedenfalls, ähm, das erst mal zum Starten, ja, und zum Wieder-Raus-Gehen. Gut. Ich schalte jetzt mal um auf die echte Hardware, weil das irgendwie mehr Spaß macht. Aber jetzt wisst ihr, wie das in Weiss geht, ja? Ähm, alles, was ich jetzt von nur noch mache, mache ich jetzt auf der echten Hardware, wird aber, bis auf diese Geschichte mit dem, mit der, mit der Taste, die es nicht gibt, ne? Ähm, dieser File-Taste hat mich auch ein bisschen kostet, bis ich das in der Weiss-Anleitung endlich gefunden habe. Das ist eben die POS-1-Taste, ne? Habe ich es richtig gesagt? Ne, das ist die End-Taste. Wenn man die übrigens zweimal drückt, dann kommt der File tatsächlich. Wenn man die aber einmal drückt, dann ist das die Command-Taste. Und die werden, die, die initiiert so ziemlich alle Kommandos, wenn man nicht gerade, ähm, die, ähm, die F-Tasten benutzt. Okay, also ich gehe da mal raus und gehe jetzt wieder auf die richtige Hardware. Aber jetzt wisst ihr, wie es geht, ne? So, äh, also schmeißt man an, ähm, schmeißen den richtigen Computer an und, ähm, starten ihn direkt nochmal neu, ähm, hier nehmen wir den, ähm, den, ähm, den Tast in, in den RAM laden. Ne, jetzt fragt er mich, ob ich den Speicher clearen will, brauchen wir auch mal nicht, ne? Ähm, jetzt sieht man, das ist eine geringfügig andere Version, aber hier ist es genauso, wenn ich, äh, ähm, äh, die Kombination File 1 drücke, die sind praktischerweise nebeneinander auf dem richtigen, äh, System, da komme ich raus. Und das Schöne ist, wenn ich Restore drücke, komme ich direkt wieder zurück. Also man kann da sehr schnell, ähm, hin und her springen. Äh, TPM V12S ist, glaube ich, der richtige, ja. Gut, also damit haben wir das Ding gestartet, ja. Ähm, als einzig wahres, das sowieso auf der richtigen Hardware zu machen. Aber, jetzt läuft's erstmal. Und wir wissen schon mal, wie wir da rauskommen. Ja, das ist schon mal toll. Und wir können auch, äh, Command, Command Key und 3 drücken, dann, äh, assembliert der. Das ist die, die nächste Kombination, die man sich merken muss, Command 3, äh, assembliert das Ganze und, ähm, ja, äh, offensichtlich ist bisher erstaunlich wenig schief gelaufen. Ich hab zwar noch nichts gecodet, aber er hat fröhlich was gemacht, hat null Fehler gefunden. Und ich kann an S drücken und dann startet mir das und dann sagt, oh, startet, super. Und mein Programm tut gar nichts. So, drücken wir wieder. Oh, das sollte man vielleicht nicht machen. Äh, es tut wohl was, es crasht nämlich meine Maschine. Ähm. Ähm, ich glaube, er hat null als Startadresse drin gehabt. Das war natürlich böse, dann hat er jetzt irgendwas. Na, egal. Ähm, wir starten den Computer neu. Wollen den Raum nicht clearn. So. Was machen wir jetzt als erstes mal? Ähm, ja. Ich hab ja eben gesagt, man kann oder sollte oder muss, ähm, muss ist wahrscheinlich das Bessere. Man muss festlegen, wo soll mein Programm hinter einem Speicher liegen. Das ist total komisch für jemanden, der, äh, schon programmierend gewöhnt ist mit einem halbwegs aktuellen System. Also zum Beispiel einem, was weiß ich was, äh, Java, Python, C oder sowas ähnliches. Da schreibe ich mal ein Programm und dann, dann kümmert sich das Betriebssystem darum, das irgendwie auszuführen. Ja, so ganz magisch. Ja. Ähm. Ähm. Aber so funzt das hier nicht, sondern, ähm, ein Betriebssystem im eigentlichen Sinne, also gibt es nicht. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu böse, aber, äh, so, ja, so richtig viel ist da ein System nicht da. Es gibt so einen Kernel, äh, auch ein bisschen komisch geschrieben. Den werden wir hinterher auch noch benutzen, die Kernel-Routinen, aber, ähm, zunächst mal läuft da jetzt nichts im Hintergrund. Also der, ähm, wenn man jetzt, äh, oder nichts Großartiges im Hintergrund. Das läuft irgendwie ein Editor, ja, der sich jetzt gerade darum kümmert, den Cursor blinken zu lassen und so weiter. Ja, aber es ist nicht so, als ob da irgendwie so ein sophisticatedes Betriebssystem im Hintergrund läuft, was irgendwie DASK verwaltet oder sowas ähnliches. Ja, könnte die Kistao gar nicht, ja. Ähm, das heißt, äh, es gibt auch kein Speichermanagement in dem Sinne. Man hat auch brav auf den gesamten Speicherbereich Zugriff, äh, Speicherschutz oder sowas ähnliches gibt es da auch nicht. Man muss als erstes mal sagen, okay, wo will ich eigentlich mein Programm hinhaben? Jetzt ist, ähm, der, äh, dieser Tast, den wir benutzen, der ist so gebaut, dass, wenn man das nicht tut, eine Default-Adresse nimmt. Und dies, wenn ich mich recht erinnere, ähm, Hex1000, ja, also, äh, ist bei 4K, ja, Hex1000, ähm, ist die Adresse bei 4K, ja. Ja, und, äh, einige Assembler, die erwarten, dass man, äh, so eine, so einen speziellen Obcode.org setzt. Ähm, wenn man die Startadresse gerne setzen möchte im, äh, Turbo Assembler, jetzt habe ich, äh, ein paar Mal aus Versehen auf Töne gedrückt, dann, ähm, macht man das, indem man den Programm-Counter auf einen Wert setzt. Ja, und das hat diesen etwas sehr seltsamen Syntax, äh, der so aussieht, also sagen wir mal, ich möchte das jetzt auch an Hex1000 haben, Hex1000, dann schreibe ich das so, okay, was zum Henker heißt das? Das heißt, fürs erste Mal, wenn es in der ersten Zeile steht, heißt das, bitte packt mein Programm, wenn es hinterher ausführt ist, anstelle 1000. Also, wenn ich das Ganze assembliere, also wenn ich jetzt sage, legt los, dann, ähm, steht da immer noch Quark? Okay, dann müssen wir vielleicht tatsächlich mal irgendwas schreiben, ähm, sagen wir mal eben kurz irgendwas. Hm, okay, ähm, hups, mein Mikro ist mir so ein bisschen im Weg. So, ähm, okay. Also, wenn man, sobald man irgendwelchen Code schreibt, also ich habe jetzt eine einzige Instruktion geschrieben, was das genau bedeutet und so weiter, ähm, kommen wir später nochmal hinzu, dann sieht man es jetzt jedenfalls, ne, dann sagt er, die erste Adresse ist tatsächlich 1000, das ist alles in Hexadezimal, was man da hat, und die letzte ist 1001, weil ich jetzt, ähm, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, eine Instruktion geschrieben haben, aber so einfach ist es nicht, ja, also das sind jetzt, ähm, wenn man 1000 und 1001 sieht, da denkt man, okay, das ist ein, das sind beide. Ja, das ist ein Byte, stimmt aber nicht, das sind zwei Byte, ne, 1000, also typischer Fanspost-Error, ne, von 1000 bis 1002 sind zwei Byte. Woran liegt das? Das liegt daran, dass meine, äh, meine Operation, die ich jetzt gerade hier geschrieben habe, zwei Byte groß ist. Dazu auch später mehr, ja, aber jetzt fürs erste Mal, die erste Zeile, die man schreiben kann, ist dieses komische Sternchen gleich, ja, das macht noch was anderes, außer der Startadresse festlegen, es setzt den Program Counter, man kann das also auch später noch, äh, machen, aber dazu auch gleich mehr, ja. Ja, aber zunächst mal, sobald, wenn man das nicht macht, ja, ich lösche die Zeile mal und assembliere das Ganze nochmal, dann sieht man, oh, er nimmt 2000 als Default-Adresse, Entschuldigung, habe ich nicht, habe ich nicht richtig gesagt, er nimmt, äh, 2000 tatsächlich, ne, dann nimmt er aber eine Standardadresse, die zunächst mal unkritisch ist, weil da nichts, äh, allzu Wichtiges an der Stelle im Speicher liegt, ja. Ja, gut, also, das heißt, ähm, man sollte das später auch machen, aber wenn man es nicht macht, dann wird eine Standardadresse genommen und die ist offenbar 2000. So, und jetzt kann man munter anfangen, hier Assembler-Code reinzuschreiben, so, und dazu schauen wir uns jetzt mal an, wie ist eigentlich so ein Computer aufgebaut, also, wie sind generell Computer aufgebaut, ähm, und wie ist der, äh, 6502, beziehungsweise seine Derivate aufgebaut, ja, ähm. Da kommt man nicht drum rum, äh, denn wenn man eben in Maschinensprache oder in Assembler schreibt, dann programmiert man auf der untersten Ebene, dann muss man sich eben mit der Architektur ein bisschen beschäftigen, so. Und, ähm, das, der, 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 der 5602 ist ein 8-Bit-Prozessor, das heißt, so ziemlich alles, was er tut, ist ein 8-Bit, ich setze mal voraus, dass euch das irgendwas sagt, ne, also, 8-Bit sind ein Byte, das heißt, der rechnet immer in so Blöcken von 8 Werten, die jeweils 0 und 1 annehmen können. Kann also irgendwie von 0 bis 255 irgendwie arbeiten. So, und worin arbeitet der Computer? Der arbeitet in sogenannten Registern. Das sind eben so Speicherstellen, die fast alle 8-Bit groß sind, mit einer Ausnahme. Dazu baust du später mehr. Und da gibt es eben insbesondere drei Register, die zumindest für Anfänger und Anfängerinnen super relevant sind. Das sind die Register, das ist der Akkumulator, das X und das Y-Register. So, das sind also so drei Stellen. Nehmen wir uns mal erstmal den Akkumulator, am Anfang werden wir sogar mit dem auskommen. Das ist so das wichtigste Register. Da werden die meisten Operationen drin ausgeführt. Das heißt, wenn man irgendwas tun will, dann packt man das da rein. Dann lässt man darauf irgendwas ab. Eine Operation, zum Beispiel, was weiß ich, eine Addition oder so auch immer. Und dann speichert man es wieder ab. Zum Beispiel, dann packt man es wieder irgendwo ins Speicher. So ungefähr funktioniert so ein Computer. Daten holen, was damit tun, Daten wieder wegpacken. Ziemlich dumm, diese Operation. Jede einzelne Operation ist extrem simpel. Aber dadurch unglaublich schnell. Also die brauchen nur wenige Taktzyklen. Also zwei, drei, vier Taktzyklen oder sowas ähnliches brauchen diese Operationen. Also sehr, sehr schnell. Im Vergleich zu den Basic-Befehlen, die wir vorher gesehen haben. Was habe ich jetzt da getippt? Ich habe LDA getippt. Das ist eben so eine Mnemonik, die ich eben schon angesprochen habe. Das ist also eben so ein dreistelliger Code für einen bestimmten Befehl. Und LDA heißt Load der Accumulator. Ne, heißt einfach Load Accumulator. Das heißt, da wird was in den Akkumulator reingeladen. Und was reingeladen wird, das schreibe ich halt dahinter. Und in diesem besonderen Modus, wenn ich also dieses Hashtag und eine Zahl dahinter schreibe, dann heißt das, bitte lade genau diese Zahl. Also dieses Hashtag sagt dem System, bitte lade jetzt eine 4. Wenn ich das weglassen würde, wenn ich also nur 4 schreibe, das könnte ich tatsächlich so schreiben, aber ich finde es doof, ich will ein Nährzeichen zwischen haben. Dann heißt das, hole bitte die Daten von Adresse 4. Das ist sozusagen die gängigere Methode. Also meistens will man nicht unbedingt konstant laden, sondern was laden von irgendwo. So, ja, ich versuche gerade mal hier so parallel zurückzugehen zu dem Buch, was ich euch eben empfohlen habe. Ähm, um da mal ungefähr sowas in der Art zu finden. Ich glaube, die fangen ein bisschen anders an. Äh, okay, tatsächlich. Die machen, starten mit einem anderen Befehl. Ähm, komm, das muss doch ziemlich am Anfang vorkommen. Okay. Mensch, hab da ich was. Ah ja, ähm. Auch noch nicht, doch nicht. Okay, bis ich das jetzt da gefunden habe. Ähm. Ach so, ähm. Genau, ein Nachteil von diesem Buch, ähm, das erkläre ich auch mal. Ich sag dir, ich finde das Buch echt toll, ähm, aber eine Sache, die doof ist, ähm, gleich vorweg. Das fängt ziemlich dämlich an, das Buch. Da müsst ihr irgendwie am besten drüber skippen. Und zwar fängt es damit an, das scroll ich auch die ganze Zeit durch, deswegen stehe ich also am Schlauch. Das fängt mit einer kurzen Einführung an, warum Assembler cool ist und ist tatsächlich witzig. Also das, ich würde jetzt behaupten, das ist zwar an und für sich für Kinder geschrieben, aber das müssen schon ziemlich brighte Kinder sein, die, glaube ich, den Kram lesen. Aber es ist ganz lustig, weil, äh, warum soll man das machen? Ist hier als, äh, als, äh, Motivation einfach angeben, ja, weil man bei seinen Kumpels flexen kann. So würde man es wahrscheinlich als heutiges Kind ausdrücken, ne? Why use assembly language? Und dann, äh, steht irgendwie, du bist cool. Also steht hier auch, dass man damit viel Geld verdienen kann, aber, äh, 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 hier. Finally, if you have any friends who know a little assembly language programming, you gotta admit that you're impressed. Kids who can handle machine code have a certain magic about them and draws admiration. Also, war einfach nicht schon lustig, äh, das so zu schreiben. Ähm, gut. Äh, und was ein bisschen Kacke an dem Buch ist, die versuchen irgendwie die ganze Zeit, alle Beispiele für drei verschiedene Assembler zu erklären. Und die fangen damit an, äh, dass, ähm, dass sie erstmal diese Assembler erklären. Und, äh, ja, ähm, das sind jetzt alles nicht unbedingt die super hippen Systeme. Ähm, und außerdem, finde ich, an der Stelle ist das ein bisschen zu ausführlich. Und, äh, da gibt es diesen Merlin Assembler, dann gibt es noch einen Commodore Assembler und dann seinen eigenen Kids Assembler erklärt er da. Äh, ne? Hier ist Commodore Macro Assembler. Und da muss man einfach mal drüber skippen. Und das nächste Doofe ist, dass alle Beispiele dann immer für alle drei Assembler drin sind im Buch. Und ich hätte mich einfach für einen entschieden. Ja. Okay, da kommt ein bisschen Erklärung, was Binärzahlen sind. Das ist ganz nett, wenn man sich wirklich nicht davon auskennt. Ähm, und dann kommt eine Erklärung, was dieser Prozessor ist. Und da komme ich auch noch leicht zu. Ne, da steht hier auch eben dieser Akkumulator und XY-Register. Und dann kommen wir irgendwann zu dem, was, was ich jetzt gerade erzählt habe. Nämlich, hier haben wir dieses LDA. Und das wird hier so ein bisschen komisch geschrieben, weil es eben, ne, hier ist jetzt halt das Blöde, dass das für jeden Assembler einzeln erklärt. Äh, und das, was wir machen, äh, entspricht am ehesten, äh, diesem Merli oder Commodore Assembler. Da schreibt man dieses Ding, na, also dieses Hashtag oder Doppelkreuz dahin. Ne, ähm, so. Hier passiert noch ein bisschen mehr. Und, ähm, wir können es im Prinzip einfach mal ausprobieren. Spaß halber, was passiert, wenn wir das machen? Und dann erkläre ich gleich, ähm, warum das dazu führt, zu dem, zu dem es führt. Ah, okay. Nehmen wir einfach mal dieses Beispiel hier. Da kommt ja auch das LDA vor. Also, diese Zeile, die haben wir mehr oder weniger schon verstanden. Die heißt, lade bitte eine Null in den Akkumulator. Ja, äh, und, ähm, das erste ist, äh, JSR. Wie gesagt, erkläre ich gleich, was es tut. Das ist gefolgt von einer, ähm, hexadezimalen Ziffer. In dem Fall, äh, E5, äh, 4, 4. So, dann kommt unser LDA, ähm, Hashtag Null. Dann kommt, äh, THX. Überleg grad, warum tun wir das? Aber was soll's? Äh, so ist es nicht einfach nur ein paar Befehle. Äh, und dann anschließend STX und dann, ähm, äh, wieder Dollar D021. So, okay. Das Ganze assemblieren wir mal. Ähm, da geht's. Da gibt's einen Fehler. Achso, weil ich das groß geschrieben hab, das mag er nicht. Äh, okay. Ich hätte einfach mal 10 drücken können. Hätte das auch einen Syntax-Check gemacht. So, dann läuft das Ganze und dann starten wir was. Und, äh, wir landen im Maschinen-Schwacher-Monitor. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, äh, irgendwas ist gründlich schiefgelaufen. Ja, ähm, ich glaube, dass wir sollten das StoreX nicht machen unbedingt. So, lassen wir das mal kurz weg. Äh, kommentier's mal aus, weil der Rest ist harmlos. Äh, das sollte eigentlich den Bildschirmlöschen. Dann schätze ich mal. Ähm. Auch nicht. Ja, muss ich jetzt selber nochmal nachgucken, weil ich's, äh, jetzt auch nicht auswendig weiß, was wir da von der Subroutine aufrufen. Ähm. Hätte ich jetzt auch gesagt. Äh, äh, E544, hab ich mich irgendwo vertippt? Äh, äh, sicherlich kein anderer, sicherlich kein anderer Körnel. Äh, das wäre, äh, das wäre katastrophal. Moment. Äh, äh, gucken. Ähm. Ähm, also das müsste eigentlich ein Clear sein. Kann natürlich sein, da hab ich eben irgendeinen Code ausgeführt, der eventuell, äh, missgebaut hat. Ich dachte nicht, dass ich schon irgendwas ausgeführt hätte. Genau, da kriegen wir direkt einen Illegal Upcode. Ich starte den Rechner einfach mal. Kann sein, dass ich eben irgendwas gemacht habe, was, ähm, das das Ganze, ähm, durcheinander gebracht hat. Das ist das Schöne am Assembler, ähm, dass man beliebig viel Ärger machen kann. So, also das sollte einfach einen Bildschirm löschen. Bin ich ziemlich sicher. Ah. Wenn man es richtig schreibt. Äh. E544. Oh, 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 gut. Guter Punkt, danke. Äh, stimmt. Wir klären auch den Bildschirm. Aber, äh, ja. Äh, RST. Äh, das ist, danke. Das ist ein sehr guter Punkt. Äh, wobei das immer noch nicht klappt, weil ich eventuell jetzt wirklich was durcheinandergehe. gebracht habe. Äh, nicht RST, sondern, äh, äh, sondern, äh, RTS heißt der Befehl. Äh, so, weg, weg, weg. Okay, danke. Ja, klar. Ähm, man sollte auch, ähm, sonst springt er uns nicht zurück ins Basic. Ähm, führen wir das Ganze aus und dann funktioniert es auch hoher. Okay, danke, mein Fehler zurück zur Erklärung. Also, ähm, so, ähm, was tun diese beiden Zeilen? Also, ähm, das ist jetzt nicht LDA für Load irgendwas in den Akkumulator, sondern das ist eigentlich schon ein ziemlich sophisticateder Befehl hier. Nämlich, äh, diese Mnemonic JSR bedeutet, äh, Jump Subroutine. Das heißt also, springe zum Speicher 5, äh, E544 und, äh, bete, dass dort irgendwelcher sinnvoller Code ist, den du ausführen kannst. Und, äh, sinnvollerweise beendet man sein Programm, und das habe ich eben vergessen, damit, dass man sagt, Return to Subroutine oder Return from Subroutine. Das heißt, das heißt so viel wie, springe wieder daher, wo ich hergekommen bin und das ist für mein Programm, wenn ich starte, ich bin ja im Allgemeinen vom Basic hergekommen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt einfach mal essempliere und, äh, anschließend rausspringe, ja, dann, ähm, kann ich mein Programm aufrufen mit Sys, äh, 2000. Das war, glaube ich, die Standardadresse, ne, und dann passiert scheinbar nichts, aber, äh, das liegt daran, dass wir bisher nur den Bildschirm clearen. Und das tun wir im Moment immerhin, ne, also wenn ich jetzt ein bisschen Müll schreibe, äh, das sollte ich vielleicht nicht zu exzessiv tun, ja, ähm, äh, wenn und dann unser Programm ausführen. Und das mache ich eben auch nicht mit Run, sondern ich springe jetzt einfach an die Speicherstelle, ähm, an der das Programm liegt. Es ist gut möglich, dass, wenn ihr das mit dem Assembler ausführt, den ihr habt, dass ihr keine, ähm, hexadezimalen Speicherstellen angeben könnt. Ja, dann wird Sys Dollar nicht funktionieren, dann müsste halt, ähm, wirklich die, äh, ähm, dezimale Stelle anspringen. Also der, ähm, der Assembler hier, das weiß ich, der im ROM ist, der, äh, frickelt auch so ein bisschen an den, ähm, Basic-Befehlen rum. Und dadurch kann ich jetzt die hexadezimalen Stelle anspringen. So, ähm, jedenfalls, ähm, löscht halt den Bildschirm, ne. Warum tut er das? Weil eben, ja, dieser einzige Befehl das macht. So, und was mache ich jetzt mit Jump-Sub-Routine? Wie gesagt, ich springe an eine Code-Stelle und ich weiß, beziehungsweise der Autor von diesem Buch wusste und hat es mir quasi in dem Buch mitgeteilt, dass an dieser Stelle, ähm, sich Kernel-Code befindet. Also das ist der, äh, ein Teil vom, wenn man so will, Betriebssystem, ja, der liegt da rum. Und an dieser Stelle liegt der Betriebssystem-Code rum für Bildschirmlöschen, ja. Das heißt, da wird alles Mögliche ausgeführt und dann wird wieder, dieser Code endet auch mit so einem Return-From-Sub-Routine, gibt dann die Kontrolle wieder an meinen, äh, Programm-Code zurück und ich mache nichts anderes als die Kontrolle direkt wieder an, an sozusagen, ähm, an, an, an quasi den Basic-Interpreter. Wieder zurückzugeben, ne. Und deswegen funktioniert das Ganze. So, jetzt kann ich auch hier, ähm, eben zum Beispiel sagen, jetzt laden wir bitte den Wert in Akkumulator. Nämlich eben meine, äh, meine 0. Das hatten wir eben, ne. Ich nehme, versuche mal wieder das Programm jetzt aufzunehmen. Ähm, ja, ähm, damit habe ich einen Wert 0. Ich versuche es gerade mal zu finden, äh, wieder, dass ich wieder dasselbe Programm eintippe, was war, was wir gerade hatten. Genau. So, und, ähm, wie ist es das? Okay, ne, das ist irgendwas ganz anderes. So, und jetzt springen wir mal an eine andere Stelle. Wir springen wieder an eine, an eine Routine. Ähm, die liegt wieder an der Speicherstelle und zwar liegt die an der Speicherstelle E, äh, 716. Ja, das ist auch, das sind relativ große Zahlen, ne. Also E544 und E716, ähm, sind relativ groß. Was soll relativ groß heißen? Naja, der 64er hat, ähm, wie der Name schon sagt, 64 Kilobyte Speicher. Das heißt, die Adressen von dem liegen irgendwo zwischen 0 und FFFF, ja. So, äh, wenn das Ganze schon mit E anfängt, dann ist es ziemlich nah am F dran. Also wir sind ziemlich weit hinten im Speicher und der Kernel ist auch das Letzte, was im Speicher liegt. Ähm, woher weiß ich eigentlich diese Adressen? Wie gesagt, ich weiß das von dem, aus dem Buch, was ich euch eben gesagt habe. Es gibt da aber tatsächlich so lustige Bücher. Äh, da steht, ähm, im Wesentlichen drin, was wo, ähm, im Speicher liegt. Ja, also das ist dokumentiert, das ist jetzt kein Geheimnis. Und diese ganzen Adressen, die kennt man wahrscheinlich irgendwann auswendig, wenn man richtig viel programmiert. Ähm, aber, ähm, für den Anfang gibt es halt so ein paar, die wir brauchen. So, was macht die, ähm, Routine übrigens, vielleicht soll ich nicht gerade eine Null raushauen. Ähm, nehmen wir mal was anderes, nehmen wir mal, was weiß ich was, kann ja, 88. Ja, so, das macht, ähm, was macht die jetzt? Sie springt auch ein, eine Speicherstelle an. Wir können uns mal angucken, was passiert, wenn ich das Ganze ausführe. Also, assemblieren, ist immer noch fehlerfrei, super. Ähm, ich kann direkt S drücken. Führen wir das Ganze aus und dann haben wir ein X auf dem Monitor gezaubert. Okay, also genau genommen haben wir den Bildschirm gelöscht und anschließend X auf dem Monitor gezaubert. Wie haben wir das gemacht? Wir haben, äh, wir sind eben diese Routine angesprungen. Und was macht die? Die springt ein Teil vom Körnel an, der das, was im Akkumulator drin ist, als, wie jetzt fast sagen, ASCII-Code. Tun wir mal so, als ob es ASCII wäre, ist PETSCII eigentlich, aber es ist ziemlich dasselbe. Ähm, ist jedenfalls eine Umrechnung von Zahlen zu Zeichen, ja. Also der interpretiert jetzt das, was im Akkumulator drin ist, die 88, äh, als ein Character, als ein Zeichen und packt dieses Zeichen an die aktuelle Cursor-Position. Ja, äh, äh, und da passiert im Hintergrund, ähm, schon ein Haufen Sachen. Also es wird rausgesucht, wo ist die aktuelle Cursor-Position. Da haben wir das Zeichen reingeschrieben, da wird der Color-Buffer aktualisiert. Das können wir nachher auch gleich, äh, alles mal von Hand zu Fuß machen. Anstatt diese Routine aufzurufen, können wir das auch selber machen. Anschließend wird die Cursor-Position ein zweiter geschoben. Und wenn die am Ende wäre, dann macht dann seinen Umbruch sogar. Ja, ähm, aber das brauchen wir alles nicht machen. Und das ist eine, ähm, sehr wichtige Sache, die wir später sehen werden. Man kann mit dem Assembler sehr schnellen und sehr, äh, unübersichtlichen Code schreiben, ja. Man kann sich aber das Leben erheblich erleichtern, indem man, äh, viele, äh, der Routinen, die sich schon im Speicher befinden, einfach benutzt. Ja, manchmal kann man es selber schreiben und dann ist es vielleicht noch schneller, weil man bestimmte Shortcuts nehmen kann und vielleicht nicht die gesamte Funktionalität braucht. Ja, aber man kann schon einiges benutzen und das wird hinterher auch insbesondere für unser Fraktal ein wichtiger, wichtiges Konzept sein, wenn wir mit Fließkommazahlen arbeiten wollen, was wir für das Fraktal brauchen, also zumindest für unsere Implementierung. Ja, und das, der, ähm, 64er, die CPU kann natürlich keine Fließkommazahlen, also die hat keine FPU, keine Floating-Point-Unit. Ähm, wir müssen also Fließkommazahlen emulieren und das ist ziemlich frickelig, das ist ziemlich viel Assembler-Code, aber, äh, wie wir sehen werden, es gibt ja so ein paar Tricks, sich quasi, ähm, ja, Fließkomma-Emulationen aus dem Speicher zu fischen, ja. So, ähm, jedenfalls, was wir hier machen, wie gesagt, ist Code in Akkumulator laden, in diesen einen Buffer, ein Zeichen und anschließend das Ganze ausgeben. Ja, und da könnte man jetzt auch noch, ähm, äh, noch weitermachen, das heißt, ich könnte zum Beispiel, äh, einfach die Zeile nochmal aufrufen, und ich versuche gerade mal rauszukriegen, ich habe mir das eben rausgedacht, das ist Copy und das ist, glaube ich, Paste, genau. So, ähm, wenn ich jetzt einfach zweimal den Code ausführe, ohne am Akkumulator rumzufummeln, freundlicherweise dieser, äh, diese Sub-Routine fummelt selbst nicht am Akkumulator rum, das kann ich also machen, ähm, dann habe ich da zwei Xe, ja, und auf die Art und Weise könnte ich jetzt auch ganz viele Xe ausgeben, oder halt, ähm, ja, äh, andere, ähm, andere Buchstaben, also zum Beispiel ein Y, ja, also laden wir einfach was anderes in den Akkumulator, was kommt hinter dem X und Y, ja, ähm, führen das Ganze aus, sagt, steht der XY, ne, äh, wunderschön. Ja, und, und wenn ihr normalen, äh, äh, im normalen Charakter-Modus seid, dann sieht das Ganze so aus, ja, so wird es wahrscheinlich bei euch hier aussehen. Äh, der, wie gesagt, meine Version hier, die fummelt so ein bisschen noch am, an dem, ähm, an dem Charakter-Set auch rum, ähm, so dass man die kleinen Buchstaben hat und auch die Großbuchstaben. So, okay, also was halten wir fest? Wenn man Assembler schreiben will, ähm, kann man X und Y noch mit Koordinaten füttern, wäre ja logisch als Funktionsparameter, ähm, ähm, nicht bei dieser Routine hier. Es gibt eine andere Routine, ähm, äh, bei der man das kann, ähm, aber die, diese ist eben, also dieser Code anstelle, äh, E716, der ist dafür da, um wirklich ein Zeichen genau da, wo gerade der Cursor ist, rauszuhauen. Ja, es gibt noch, wie gesagt, andere Befehle, mit denen kann man zum Beispiel auch die Cursor-Position auslesen, die Cursor-Position verändern oder an einer bestimmten Stelle was schreiben oder man kann einfach direkt in den Speicher schreiben, können wir gleich gerne auch nochmal machen, ähm, aber jetzt dieser Code, es kriegt, wenn man so will, genau einen Parameter und das ist das Zeichen, was man reinschreibt. Ja. Hm. So, also den würde man zum Beispiel durchlaufen, wenn man irgendwie einen längeren Text hat und den einfach mal printen will, ne? Gut, also wir merken uns erstmal, ähm, man muss das Ding irgendwie installieren, okay, man muss diesen Assembler irgendwie starten, war auch schon nicht so ganz einfach, dann muss man sein Programm schreiben, auch das ist nicht so simpel, dann muss man das assemblieren, ähm, mit F4 kann man übrigens starten und assemblieren gleichzeitig, ja, also nur, äh, short, short, key, also man muss nicht unbedingt immer diese Befehlstaste 3 drücken und dann S, sondern man kann direkt F4 drücken, wenn man mutig ist, ne? Ähm, generell ist das aber nicht unbedingt so der empfehlenswerte Loop, also immer Coden ausführen, ne? Ja, das kennt man von modernen Entwicklungsumgebungen, da führe ich mal aus, guck, was passiert, aber das ist nicht so die geschickte Idee, wie wir eben gesehen haben, wenn ich zum Beispiel die Rücksprungadresse vergesse, dann wird halt irgendwelcher Code ausgeführt, der gerade hinter meinem Programm ist und das kann das System beliebig, äh, kaputt machen, also es kann halt sein, dass da irgendwie Code drin steht, der den Kernel überschreibt oder sowas ähnliches, kein Problem, ja? Ähm, und deswegen ist es eine geschickte Idee, wie generell im Leben immer, die Sachen abzuspeichern, bevor man sie ausführt, ja? Und hier insbesondere, gut, in dem Fall konnte jetzt nicht so ultra viel schief gehen, aber das nächste, was wir wissen müssen, wie kann man speichern? Ähm, da gibt es erstaunlich viele Möglichkeiten zu speichern, also zumindest mal drei, ja? Die eine Möglichkeit ist, man speichert das Programm, das fertige Programm, quasi, ähm, also das, was der Assembler produziert hat und das könnte man auch einem Kumpel geben oder sowas ähnliches, auch eine Diskette packen und das könnte der oder die direkt ausführen, ja? Äh, also eben genauso mit Load und dann mit Sys, ähm, und dann würde das Programm laufen, ja? Das ist also, äh, in der Stelle, an der Stelle, man hat halt in dem Sinne keinen, keinen richtig sophisticateden Compiler, sondern wir produzieren halt direkt fast Maschinencode, also das, was wir rausschreiben, ist mehr oder weniger schon, äh, das Programm. Ja, das ist auch Hölle kurz, ja? Also, das Programm, was wir hier haben, ja, ähm, können wir uns angucken, wie lang ist das eigentlich, ja? Also, assembliieren wir es mal. Upsa. Äh, schade eigentlich, ähm, da war eine 4. 4, so. Ähm, der Editor checkt übrigens nach, wenn man die Zeile verlässt, immer die Zeile, wenn die rot wird, dann ist da irgendwas nicht okay. So, also wir übersetzen das Ganze, ne? Ja, und was haben wir da? Wir sehen, äh, das Ganze geht von 2000 bis, äh, 2000 D. Also, ne, 2000, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D. Ja, unser ganzes Programm, und das ist lauffähig, ja, ich kann es ja ausführen, da braucht ihr jetzt nicht irgendwelche zusätzlichen Bibliotheken, ist gerade mal 9 Byte lang. Ja, hätte ich auch ausrechnen können aus dem Programm, ja. Kann ich euch auch gleich noch zeigen, äh, wie das prinzipiell geht, aber das Programm ist wirklich 9 Byte lang, und das läuft, das kann ich starten, ja. Ähm, wenn ich jetzt ne, ein leeres Word-Dokument erstelle, das rausschreibe, und mir anschließend das Ding dann entpacke, 14, okay, habe ich mich, ach, das ist schon, klar, ja, danke. Epic, fair, ja, klar. Äh, man sollte natürlich die, die, die 5 mitzählen, die ich schon auf der Hand hatte, ja, danke, 14. Ist aber egal, ist trotzdem 14 Byte lang, ist sau kurz, ja, und läuft, ja. Ja, also, ähm, ja, das ist eine Möglichkeit, um, äh, das ganze Programm rauszuschreiben. Das Dumme ist, ähm, das ist halt dann die übersetzte Version. Die ist sehr nah dran an dem, was wir tippen, aber da fehlen manche Dinge, wie zum Beispiel, wenn wir einen Kommentar schreiben, Kommentare schreibt man übrigens mit einem, ähm, Semikolon, alles, was dahinter ist, wird ignoriert, ja. Ähm, die sind natürlich in dem, in dem Programm nicht dran. Also, wenn ich das Ganze jetzt essempliere, dann ist es immer noch, ähm, 14 Byte lang, ja, ähm, ich will also, wenn ich jetzt daran arbeite, wirklich den Code rausschreiben, ja. Und das macht man mit Command, Key und S. Dann fragt das Save File, ja, und dann, äh, legt man sinnvollerweise eine Diskette ein. Das habe ich jetzt gerade gemacht, ähm, äh, ich weiß nur leider nicht, was auf der Diskette drauf ist. Ähm, gucken wir mal gerade, es gibt auch einen Befehl für, äh, List Directory. Moment, ähm, da ganz kenne ich die jetzt auch nicht alle auswendig. Gucken wir mal. Ähm, sind nicht immer zwei Byte pro Instruktion. Erkläre ich gleich auch gerne nochmal. Äh, ich will nur gerade schauen, wie ich auf die, die Diskette gucken kann. Äh, Dis Command, Dis Status, Dis Directory ist, äh, ähm, Sternchen. Okay, also, ähm, Sternchen, dann listet er mir die Diskette, die ist leer. Ja, super. Ähm, okay, da können wir das draufschreiben. Also, wir schreiben das, äh, also Command-Key S für Save, äh, äh, ich nenne das mal jetzt einfach First, ja, drücken Return und dann speichert er das. Ja, da kriege ich nur den, den, wirklich, plain, Code zurück, den er ausgelesen hat aus dem Floppy-Laufwerk, war also alles okay. Wenn wir jetzt drauf gucken, aufs Laufwerk sehen wir, da ist, ähm, ein, eine Datei drauf. Die ist jetzt ein bisschen länger, ne, vier Blöcke, weil da eben unser ganzer Quelltext sozusagen drauf ist. Und ehrlich gesagt, es ist nicht nur der Quelltext, sondern sogar, äh, ein Haufen, äh, mehr, also, glaube ich, des Colors, Gim und alles mögliche wird damit abgeschweilt. Also, das ist ein komplettes Projekt, würde man das heutzutage nennen. Ja. So, ähm, was heißt jetzt mit der Länge auf sich, kann ich auch ganz einfach erklären. Das hängt, ähm, das ist von Befehl zu Befehl verschieden. Also, zum Beispiel, äh, also jeder Befehl selbst ist ein Byte lang, ja, also wir haben eben 155 Befehle, das heißt, mit einem Byte kommen wir locker aus, sind ja 256 Möglichkeiten. Wie gesagt, die anderen ungefähr 100 Stück, das sind diese illegalen, äh, Opcodes. Also, wir brauchen für den Befehl selbst ein Byte, äh, und bei RTS war es das auch schon. Das ist ein sogenanntes Implied Command, äh, das bedeutet, das Ding kriegt keine Parameter, ist also genau ein Byte groß. Ja, also man kann, ja, Return from Subroutine, da gibt's nix, äh, weiter zu parametrisieren. So, ähm, dieses Jump Subroutine zum Beispiel, das ist 3 Byte groß, das ist auch das Größte. Ein Befehl ist entweder 1, 2 oder 3 Byte groß. Warum ist das hier 3 Byte groß in dem Fall, äh, kann man eigentlich auch schon leicht sehen. also der Befehl selbst ist einer und dann ist die Adresse, wo man hinschreie, hinspringt, die besteht halt aus 2 Komponenten, ne, ne, einem Low- und High-Byte und damit sind wir bei 3. Ähm, LDA, äh, Load, äh, da Akkumulator, also Load Akkumulator, äh, ist in dem Fall jetzt, äh, wenn wir es als, ähm, absoluten, äh, wenn wir es als, ähm, ähm, äh, da nochmal, ähm, die Bezeichnung für, ist nicht absolut, sondern, ähm, Immediate Mode benutzen, ja, wenn wir also sagen hier, bitte nimm diesen Wert wirklich, dann sind es 2 Byte, ja, der wäre in, das ist eben 8 Bit, also 1 Byte ist der Akkumulator groß und wenn ich da was reinlade, kann das nur ein Byte groß sein. Ja, das heißt, wenn wir das jetzt ausrechnen wollen, dann haben wir die erste Zeile 3 plus 2 macht 5, äh, plus nochmal 3, das nächste, äh, Jump sind wir bei 8, plus nochmal 2 sind wir bei 10, plus nochmal 3 sind wir bei 13, plus das RTS sind 14, ja, so kann man auch auf die 14 kommen, also man kann sich das auch selber ausrechnen, aber freundlicherweise muss man das nicht, das macht der Assembler für einen. Das ist die zweite Aufgabe, die Assembler übrigens hat, neben dem langweiligen Übersetzen dieser Mnemonics in, ähm, äh, die, äh, Opcodes, äh, rechnet er auch die Größe aus. Das ist insbesondere hinterher bei Sprüngen wichtig, dass man die genau kennt. Okay, also, aber nochmal, das ist, also für mich immer wieder faszinierend, mit wie viel, ne, man kann ein Programm schreiben, was den Bildschirm cleart, ja, das hatten wir ja, das wäre nur wirklich, ähm, nur die erste und die letzte Zeile gewesen, und das wäre dann eben, ne, die drei, die nächste vier, also das heißt, man hat ein vollständiges Programm, ähm, was sogar was tut, nämlich den Bildschirm löschen, äh, was insgesamt gerade mal, äh, vier Byte groß ist, ja, ähm, und das, im Allgemeinen werden die Programme auch echt kurz, ja, gut, ähm, das Programm entbehinhaltet dann auch die Startadresse auf der Diskette, aber im Speicher, äh, erscheint das natürlich nicht mehr, so, also das kann man auch machen, äh, gucke ich mal kurz, wie schreibt man, äh, den, das, äh, assemblierte Programm raus, da muss ich auch mal schauen, was der, was der Shortcut dafür ist, äh, das ist einfach Assemble to Disk, oder so, ähnliche ist, das ist glaube ich, irgendwie vier oder so, äh, gucken, ähm, also ich kann euch auch zeigen, was ich gerade tue, ich versuche gerade irgendwie in dieser Anleitung das zu finden, äh, Assemble to Memory List, Assemble to Object File, okay, fünf ist es, wir können auch mal ausprobieren, ja, also, fünf, so, und dann will er jetzt eine Datei haben, äh, die können wir meinetwegen mal Test nennen, oder sowas ähnliches, ja, ähm, dann legt er los, schreibt das auf die Diskette, ich versette einfach mal den ganzen Computer, ohne den, assemblierte, jetzt sind wir einfach, äh, im ganz normalen, ähm, im ganz normalen Betriebssystem, also, äh, Basic Prompt, so, jetzt gucken wir an, was ist auf der, äh, was ist auf der Diskette drauf, äh, schauen wir mal rein, so, da ist jetzt mein First und Test, Test ist kurz, wie man sieht, ist ein Block, ja, kürzer geht's nicht, so, das können wir auch laden, ne, low test, und da ist jetzt, äh, da ist jetzt kein, äh, kein Assembler oder sowas im Hintergrund, Dolphin-Doss freundlicherweise sagt mir sogar, wohin er es geladen hat, ja, also wir sehen jetzt, dass er von 2000 bis 2000 e, äh, das Ganze geladen hat, ja, das Praktische daran ist, dass ich jetzt direkt weiß, was ich tun muss, nur das wird wahrscheinlich jetzt, glaube ich, nicht gehen, ach, das geht sogar, okay, dann kann ich tatsächlich auch in einem normalen, äh, normalen System, exadizimalen Adressen eingehen, das wusste ich gar nicht, oder ist das jetzt ein Dolphin-Doss-Feature, Moment, ich schalte mal Dolphin-Doss aus, das ist jetzt hier den Computer nochmal, ähm, äh, jetzt hätten wir nur noch, na egal, äh, müssen wir den Umweg gehen, kurz gucken, ob das, äh, immer geht, da wird es jetzt zu nichts führen, oder wenn er crashen, aber ich will nur wissen, genau, sagt er Syntax, okay, dann ist das, ist das ein Feature von Dolphin-Doss, dass es geht, hab mich nämlich auch schon gewundert, normalerweise muss man nämlich, äh, Sys akzeptiert nur dezimale Adressen, es liegt also daran, weil ich jetzt eben, schon nicht Standard-Körner hier drauf habe, der auch ein bisschen am Basic-Roll-Fummelt, ja, ähm, okay, aber nochmal zurück, also, das heißt, wir laden das Ganze jetzt nochmal, ne, ich habe jetzt, äh, alles rausgeschmissen, also, da läuft jetzt, kein, äh, nee, das ist nicht gut, Test, da läuft jetzt kein Assembler, oder sowas ähnliches, ja, einfach nur Plain, ähm, äh, Plain 64er, ja, so, dann rufen wir das jetzt auf, nehmen die Adresse, 2000, und, wie man sieht, er clirrt den Bildschirm, und, äh, schreibt XY, also, es funktioniert, ja, obwohl es, eben, wirklich so extrem kurzes Programm ist, ja, also, das wäre, das Zweite, was man machen kann, ne, also, äh, Command-Key und, ähm, ich gehe mal wieder zurück in Assembler, Command-Key und, äh, 5, schreibt das, äh, assembliert, und schreibt das Ergebnis, äh, auf Platte raus, Platte ist gut, auf Diskette, ist auch eine Platte, aber ist eine weiche Platte, ja, so, äh, wenn es übrigens Safe gibt, gibt es auch Load, das ist Command, äh, äh, R, äh, Command-L natürlich, für Load, und damit kriege ich den Kram, äh, auch wieder, äh, äh, eine Sache, die noch wichtig ist, das hat jetzt nichts mit dem, äh, Assembler oder so, äh, zu tun, aber einfach nur, dass ihr es wisst, habe ich letztens schon erklärt, aber hier nochmal kurz, wenn ich das jetzt nochmal abspeichern will, dann kann ich jetzt nicht nochmal First eingeben, ja, also, das, dann gibt er mir File Exists, freundlicherweise gibt er mir die Fehlermeldung aus, äh, nicht so, wie wenn ich Save, äh, bei Basic gemacht habe, wo dann einfach Ready zurückkam, wenn ich das, äh, überschreiben will, dann muss ich wieder diese ominöse Add 0 Doppelpunkt tippen, ja, äh, und dann First, passt, First, ja, das sagt, bitte überschreibe die Datei, und dann läuft es auch durch, also, ihr könnt euch einfach merken, wenn er speichert, tippt einfach Add 0 Doppelpunkt einmal vor, das geht auch beim, beim allerersten Schreiben, ja, ähm, dann, ähm, kann man Dateien überschreiben, so, das, das Ding, dieser Editor kann auch mehr, der kann auch direkt Diskbefehle schicken, also kann man auch relativ, ähm, komfortabel dann ein Floppy mal formatieren, mal eben, auch aus Versehen, ähm, aber, okay, soviel jetzt erstmal zu den wichtigsten Sachen, ne, wir haben jetzt unseren Assembler, wir haben gestartet, wir können einfache Programme schreiben, ähm, und, äh, wir können sie abspeichern, wir können sie auch laden, und wir haben halt direkt fertige Programme, ne, wenn man eben die, ähm, die als, äh, ausführbare Datei, also das, 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 das assemblierte Programm rausschreibt, dann hat man auch direkt ein fertiges Programm, ja, und da finde ich schon ziemlich cool, ähm, gut, was, was gibt es als nächstes zu machen, als nächstes wäre jetzt, jetzt gucken, was können wir noch, also wir haben ja noch ein paar Minuten, bis halb, ja, schauen wir uns mal, äh, ein paar andere Register an, also es gibt außerdem Register A, gibt es eben noch, das Register X, das Register Y, es gibt den Programme-Counter, ähm, und es gibt das Fleck-Register, äh, ich schaue gerade noch mal, ähm, wie die alle genau heißen, das muss ich jetzt gerade selber nachschauen, na, wo sind sie, da, ich habe, glaube ich, nämlich noch eins vergessen, ähm, wie mache ich das, habe ich mir extra rausgesucht im Buch, keine ROM, das ist ziemlich weit vorne, so, äh, das sind die Flex, genau, also das, wir, wir haben, äh, A, XY-Register, die werden wir auch häufig brauchen, dann haben wir das Prozessor-Status-Register, äh, genau, wir haben noch den Stack-Pointer, den habe ich vergessen, ganz wichtig, ähm, wir haben den Stack-Pointer und den Program-Counter, so, bis auf den Program-Counter sind das alles 8-Bit-Register, äh, der Program-Counter sind 16-Bit, und, ähm, was tun die Einzelnen, das, äh, der Akkumulator ist das, mit dem wir meistens arbeiten werden, X und Y sind fast dasselbe wie der Akkumulator, nicht ganz, die können einige Sachen anders und bestimmte Dinge wieder nicht, dazu später ein bisschen mehr, ähm, dann gibt es eben ein Register, in dem, dass man im Allgemeinen, oder nicht im Allgemeinen, dass man lesen und schreiben kann, das ist das, äh, so genannte, ähm, äh, Fleck-Register, und das sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, 7, 1-Bit-Register, die aber immer zusammengefasst werden, ja, die werden zu 8-Bit zusammengefasst und eins davon ist unbenutzt, das 5. Bit, ja, das heißt, man hat, ähm, 7-Bit und die kann man so einzeln abfragen, die kann man auch einzeln setzen, ja, über bestimmte Befehle, und da kann man zum Beispiel erkennen, ob es ein, ob es ein, ähm, ein Overflow gegeben hat, die letzte Operation, ob, äh, ob die Zahl negativ sein soll, ja, da kann man das, kann man so ein Positiv-Negativ-Flag reinschreiben, ich gucke auch mal, es gibt ein Break-Flag, ähm, dann gibt es ein Dezimal-Flag, das besagt, wie jetzt, äh, das, was man gerade im Akku hat, äh, zu interpretieren ist, da gibt es ein Interrupt-Flag, äh, wenn man Interrupts machen, wird das noch wichtig, da gibt es ein Zero-Flag, das, äh, wird gesetzt, wenn die letzte Operation, äh, beziehungsweise wird auf 0 gesetzt, wenn die letzte Operation 0 war, ja, ähm, Entschuldigung, es wird auf 1 gesetzt, wenn die letzte Operation 0 war, so, und dann Carry-Flag ist dieser Übertrag, ja, also da stehen ein Haufen Flags drin, da gibt es den Stack-Pointer, das schaffe ich heute nicht mehr zu erzählen, was der tut, ist aber auch ziemlich interessant, insbesondere, wenn man damit umgehen kann, und dann rumfummelt, kann man coole Sachen machen, und es gibt in dem Program-Counter, das ist das, was wir mit dem Sternchen gesetzt haben, ne, das ist das, an welcher Stelle im Speicher steht aktuell, äh, die Programmausführung, ja, so, das war in dem Fall jetzt, glaube ich, äh, Hex 2000, ne, da wurde ja unser Programm hingeladen, das heißt, dieser Program-Counter wird quasi beim, wird durch den Sys-Befehl, den Sets, das steht nicht im Programm drin, sondern das forciere ich als Nutzer, Nutzerin, ne, sage ich Sys 2000, oder Sys 2000, ist ja ein Hexer, die Sie mal sagen, ähm, dadurch setze ich den Program-Counter auf diesen Wert, und dann führt er die Instruktion aus, das System weiß, wie groß die Instruktion ist, also ob die 1, 2 oder 3 Byte groß ist, führt die aus, und springt dann 1, 2 oder 3 Byte weiter, und führt dann, was auch immer an der Stelle steht, als nächstes aus, und so weiter und so fort, ja, ähm, bis es irgendwie, bis in alle Ewigkeit eingestreckt wird, ja, also, es ist nicht so, als ob das Ganze aufhören würde. So, und, ähm, äh, dieser Program-Counter, der muss eben sinnvollerweise 16-Bit lang sein, ähm, jetzt kann man sich fragen, wie in aller Welt kriege ich 16-Bit auf dem 8-Bit-Computer hin, äh, das kriegt man so hin, indem man einfach zwei 8-Bit-Register zusammengefügt hat, aber, äh, das ist jetzt an der Stelle nicht so schrecklich relevant, ja, gut, das, das sind so die Register, und wenn wir uns eben A, X und Y angucken, dann haben, ähm, dann benutzen wir eben meistens den Akkumulator, und, wofür sind die X und Y gut? Die sind häufig dafür da, um entweder zusätzliche Parameter, zum Beispiel, an so eine Subroutine, äh, zu schicken, ja, die lesen manchmal auch die Subroutine X und Y aus, die lesen manchmal auch Speicherbereiche aus, und die, ähm, X und Y haben insbesondere die Eigenschaft, dass man die zum Beispiel besonders einfach erhöhen und erniedrigen kann. Die benutzt man häufig als Counter, ja, also, zum Beispiel, um in der Schleife hochzuzählen, ja, dann, dann zähle ich halt, dann schreibe ich halt initialen Wert in X rein, also, der Befehl heißt LDX, und dreimal auf der Rachen, wie es Y heißt, das heißt LDY, ja, schreibe ich da einen Wert rein, zum Beispiel 0, zähle das hoch, und dann anschließend, äh, mache ich so lange weiter, bis da zum Beispiel eine 5 drinsteht. Können wir gleich mal machen. Wir können einfach mal ein paar Buchstaben nacheinander ausgehen. Gibt es eine Frage? Äh, man kann es aber normalerweise auch starten, Sys 1000, äh, 1000 minus 1000D, okay, ähm, okay, nehme ich jetzt mal so hin, ähm, keine Ahnung, warum das jetzt wiederum geht, ähm, äh, warum man auch die Speichestelle 1000 anspringen kann, vielleicht steht da auch irgendwas drin, was da hinspringt, ähm, keine Ahnung, ja, aber gut, ähm, wie dem auch sei, jedenfalls, das sind X und Y, die haben die Eigenschaft, man kann sie wie gesagt leicht hochziehen, leicht runterziehen, man kann sie genauso laden, wie den Akkumulator, äh, man kann sie auch speichern wieder, und es gibt diverse Befehle, um, also es gibt alle möglichen Transferoperationen, es gibt nicht die von X nach Y, das ist die einzige, die fehlt, aber man kann zum Beispiel von X in Akkumulator, von Akkumulator an Y übertragen, und so weiter, ähm, das sind die, ähm, äh, das sind, das sind die beiden Register, ja, und jetzt machen wir einfach mal folgendes, ähm, schreiben wir einfach mal einen Loop, also, die erste Zeile war ja, ähm, Clear Screen, und dann anschließend, packen wir in den Akku, äh, eine 88, und dann sagen wir Print, ähm, Print das einfach, also die, die, den Wert im Akku, ne, machen wir mal die, die beiden Zeilen darunter weg, und das übrigens F6-Zeile löschen, so, und jetzt will ich einfach, dass, äh, diese Zeile hier, dieses Print meinetwegen, zehnmal ausgeführt wird, oder sowas ähnliches, ne, wie, wie mache ich das in Assembler? Es gibt jetzt sowas wie ein For Loop, oder ein While Loop, oder sowas gibt's nicht, ja, Loops gibt's generell nicht, das Einzige, was es gibt, sind, äh, sind Gotos und Ifs, wenn man so will, ja, ähm, und aus denen kann man sich natürlich einfach, äh, äh, ein Loop bauen, ja, so, also, also, was heißt, was machen wir als erstes? Wir benutzen eben jetzt diesen, ähm, diesen X, ähm, dieses X-Register, und da lade ich einfach auch mal was rein, also LDX lädt halt in X, und ich lade da mal eine Null rein, ja, also, das heißt, ich sage wieder Immediate, ich möchte also die Zahl Null wirklich da reinschreiben, und das können wir erst mal ausführen, ja, wird genauso funktionieren wie vorher, aus, gibt halt ein X aus, gut, jetzt steht noch eine Null im, äh, im, im X-Register, also ich schreibe hier mal was anderes rein, dass da nicht gerade auch ein X rauskommt, damit das nicht irgendwie missverständlich ist, hier haben wir 60, was sind 60? Äh, das war jetzt mal sehr geschickt, ähm, LDA, also unter normal, in meinem normalen ASCII ist, glaube ich, 64 ein A, wenn ich mich recht erinnere, äh, aber ich weiß nicht, wie das bei Petsky ist, ist ein Add, okay, dann ist 65 ein A, da habe ich mich wahrscheinlich einfach verpaaren, ich glaube, das Add liegt direkt vorm A, okay, genau, dann haben wir eine A, ist aber auch doof, ehrlich gesagt, weil, ich will einfach weder XY noch A haben, nur mal 70, das sind 70, 70 ist ein F, okay, F ist unglücklich, äh, äh, JS A war, Jump Subroutine, das heißt, springe bitte, äh, zu, an diese Stelle im Speicher, ja, auch das, das klingt jetzt erst mal so ein bisschen mysteriös, ne, springe an die Adresse im Speicher, und führe das auch, werde ich euch auch beim nächsten Mal noch erzählen, ist überhaupt gar nicht mysteriös, ja, ist total simpel, was da passiert, das ist eben das Coole, weil wir jetzt auf dieser Maschinenebene sind, können wir uns ganz leicht gucken, was passiert, äh, ne, also im Prinzip, ähm, äh, äh, ja, im Prinzip wird da was auf dem Stack gelegt, und so weiter, aber, ähm, dazu beim nächsten Mal mehr, jetzt nehmen wir erst mal hin, dass das irgendwie funktioniert, ne, äh, ähm, 31 gleich 1, okay, ja, kann sein, ähm, also ich hab jetzt gerade eben keine Petski-Tabelle da, aber gucken wir mal, okay, nein, offenbar nicht, und, äh, sollte nicht so viel auf meinen Tasten rumrücken, äh, das ist, äh, da ist die Store, ähm, keine Ahnung, wo die, wo die, wo die Zeichen da liegen, 70, aber bleiben wir jetzt mal einfach bei, ähm, bei unserem F, ja, so, gut, F, so, jetzt wollen wir mal ein paar Fs ausgeben, ne, das heißt, wir wollen jetzt eben, äh, ein Loop durchführen, ja, so, wie macht man das, ähm, das, wie gesagt, äh, ein Loop in dem Sinne gibt es nicht, was es aber gibt, ist ein Goto, und es gibt ein If, ja, und aus denen basteln wir uns das zusammen, also, wie bauen wir jetzt zum Beispiel einen Vorloop, naja, wir nehmen unseren Counter, das LDX, ja, und das, jetzt machen wir eine Ausgabe, die haben wir hier, ne, also da geben wir jetzt unseren, äh, unseren Akku aus, was ein F ist, so, anschließend, inkrementieren wir unseren Counter, ja, und das heißt, in X, also Inc würde jetzt den Akku erhöhen, INX ist der Befehl, der das Register X erhöht, da steht also eine 1 drin, ja, bei ersten Durchlaut, also 0 plus 1 ist 1, okay, so, äh, was machen wir als nächstes, wir sagen, wir wollen ja was 10 mal ausgeben, also, ein If in dem Sinne, gibt es jetzt auch nicht in Assembler, also man sagt, wenn, Bedingung, dann, ja, oder, wenn Bedingung, dann Goto, das muss man in zwei Schritten machen, ja, das heißt, das Erste, was man macht, ist, man, äh, macht irgendeine, äh, ja, man macht sozusagen sein, 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 sein Boolean, also man, man macht irgendeinen Test, ja, und dann abhängig von diesem Test tut man irgendwas, ja, zum Beispiel irgendwo hinspringen, ja, ähm, 30, 0, 39, ach so, okay, äh, ja, ähm, so, wie, wie sieht jetzt dieses, äh, wie sieht jetzt dieses Testen und, und Springen aus, also das Testen ist eben, äh, ein Vergleich, ja, also wenn ich jetzt sage Compare, also CMP, äh, dann würde er mir jetzt den Akku nehmen, also nehmen wir CMX, das heißt, vergleiche, das, was in Register X steht, mit irgendwas anderem, ja, ich vergleiche das jetzt mal mit einer, mit einer Konstanten, also ich sage jetzt, vergleiche das mit 10, ja, man beachte, wieder an der Stelle, dieses Hashtag heißt, bitte nimm die Zahl dahinter, so wie sie ist, ja, äh, wenn ich das weglasse, dann wäre das wieder eine Adresse, dann müsste ich es aber auch vierstellig schreiben, so, also jetzt sage ich also, vergleiche das bitte mit 10, und wenn ich das Ganze ausführe, würde da immer noch nicht wirklich viel Spannendes passieren, also, da, außer dass ich einen, äh, einen Fehler mache, weil es irgendwie, wie heißt denn das, das Compare X, heißt offenbar nicht, da sagt da Bad Line, äh, das heißt glaube ich CPX, mal gucken, ähm, sieht besser aus, na, okay, gut, CPX, Entschuldigung, äh, so richtig viel habe ich auch noch, äh, so richtig, äh, fest bin ich auch noch nicht in dem Memonics, okay, so, wenn ich das Ganze jetzt aber ausführe, na, also assemblieren, äh, ausführen, dann kriege ich immer noch unser F, weil bisher haben wir ja noch nichts gesprungen oder geloopt oder irgendwie sowas, ne, wir haben gesagt, okay, äh, klirre mir den Bildschirm, speichere mir 70 in den Akku, speichere mir 0 in das X, springe dann an die Stelle Akku ausgeben, dann kommt das F raus, dann erhöhe ich die 0 zu einer 1, und dann vergleiche ich jetzt die 1 mit einer 10, und da kommt als Antwort raus, nicht gleich, ja, oder, ja, so, und, ähm, dann mache ich damit aber nichts, so, was ich jetzt aber machen kann, ich kann sagen, Branch not equal, also, das heißt dann BNE, ne, also diese Dinger, diese Befehle, die muss man im Bullerübel auswendig lernen, da gibt es auch Listen zu, ich sollte mir die auch mal ausdrucken, ähm, wie die genau heißen, was die tun, aber so die wichtigsten, kriege ich so halbwegs hin, halbwegs, sieht man ja gar, ne, also Branch not equal, und dahinter muss jetzt eine Adresse, ja, das heißt, ich könnte mir jetzt einen abbrechen, und überlegen, was ist denn meine Adresse, wohin will ich denn springen, na, ich will jetzt springen an die Ausgabe wieder, ne, das heißt eigentlich, ähm, will ich da hin, ähm, ne, das, das ist kein Hex, sondern das heißt, äh, wenn ich Hex haben wollte, dann müsste ich, äh, noch ein Dollarzeichen schreiben, die kann ich aber kombinieren, also ich kann, äh, Hashtag Dollar schreiben, ne, dann heißt das, bitte nimm diese Hexer, die zehnmal sind, so, Branch not equal, dahinter käme jetzt eine Adresse, ja, und jetzt kommt eine coole Sache, das mit den Adressen, das wollen wir gar nicht erst benutzen, ja, das, das ist eine Relativadresse, also das heißt, relativ zu der Stelle, wo ich gerade bin, da müsste ich jetzt also ausrechnen, okay, ich bin jetzt hier, dieser, wo will ich denn erstmal hinspringen, ne, ich will ja hier an dieser Stelle springen, ne, dein zurück, das ist ja meine Initialisierung vor der Schleife, ich will jetzt also hier hinspringen, das heißt, ich will jetzt eigentlich, äh, gucken wir mal, das sind zwei Byte, zurück, ne, drei Byte, hier sind nochmal drei, sechs Byte, und ich selber bin auch nochmal ein, äh, zwei Byte, also ich will halt, ähm, sieben, will ich jetzt acht, ja, ich glaube, ich will acht Byte zurückspringen, ne, ähm, so, kann ich machen, ist aber super frickelig, vor allen Dingen, äh, wäre das eine ganz dumme Idee, weil sobald ich anfange hier, äh, Code einzuführen, äh, müsste ich diese Zahl immer neu ausrechnen, so, und da gibt es eine mega praktische Eigenschaft von Assemblern, nämlich, dass die Label definieren können, wir können nämlich jetzt hier sagen, äh, wir können jetzt hier einfach einen beliebigen String hin schreiben, also zum Beispiel, Loop, ich nenne es jetzt mal Loop, ja, man sieht auch, sobald ich da rausgehe, wird das hübsch nach vorne gerückt, so, und dann kann ich hier Brunch not equal Loop schreiben, ja, so, und was dann der Assembler beim Assemblieren noch macht, der, äh, ähm, ersetzt einfach diese Zahl hier durch, äh, die quasi Distanz, wenn man so will, zu diesem Label, den ich einmal gesetzt habe, ja, das Ganze hat zur Laufzeit keine negativen Folgen, das Coole ist, das kann halt alles beim Assemblieren gemacht werden, ja, ähm, das bedeutet also, äh, ich kann mir das Leben leichter machen, das Einzige, was dadurch passiert ist, dass der Assemblierprozess ein bisschen langsamer wird, aber das ist immer noch instantan, also bei unserem simplen Programm hier, ja, so, das heißt, ähm, das nächste, was man wissen muss, und das ist die nächste Funktion von dem, von einem vernünftigen Assembler, ist, dass er erlaubt einem, ähm, äh, Label zu setzen, und diese Label dann zu benutzen, ja, das Ganze können wir jetzt auch mal ausführen, also wir assemblieren das, führen das aus, und wir haben 10 Fs, ja, und wenn ich jetzt ein paar mehr Fs haben will, dann sage ich einfach, okay, äh, zum Beispiel, ähm, machen wir mal 200, ja, das, äh, muss übrigens, das ist ein 8-Bit-Prozessor, also auch ein 8-Bit-Befehl, also, könnte ich da jetzt nichts einsetzen, größer als 255, ich könnte also jetzt nicht so einfach einen Loop machen, der mehr als 250 Iterationen hat, äh, dazu später mehr, wie man damit klarkommt, aber das sind so lustige Geschichten, äh, die man sich mal so ein bisschen vor Augen halten muss, ja, also assemblieren geht immer noch gut, tada, äh, 200 Fs, ne, also wir haben jetzt quasi schon Vorschleifen mehr oder weniger kennengelernt, ne, also wir haben hier eben unser, unser Sprungadresse, ne, wir sagen, hier erhöhe X, vergleiche X zu 200, wenn die beiden nicht gleich sind, dann springe hoch, also das heißt, sobald X 200 ist, greift das nicht mehr und wir beenden unser Programm. Ja, gut, das Ganze können wir abspeichern, äh, speichern als Second, nenne ich das Ganze mal, und wir schreiben es raus. Dazu später mehr, genau, da ist jemand, der, der mal, äh, meine mühsam, kreiert einen kleinen Icons benutzt, beziehungsweise ich habe das glaube ich nicht kreiert, irgendjemand anders hat es gemacht, Haas, oder so, hat die Dinger aber gebaut, ne, ähm, ja, so, und damit, ähm, können wir schon, können wir schon, können wir schon einiges machen, dann kommen wir schon relativ weit, auch in Bezug auf unser Fraktal, denn was, ähm, was fehlt uns noch, ach, ach so, äh, ja, hätte ich da auch raus, genau, da, da findet man zum Beispiel die Petzky Tabelle, ja, danke nochmal, ähm, aber, äh, äh, ja, es ist auch, egal, ähm, äh, was wollte ich noch sagen, ähm, wir können jetzt schon Sachen in den Akku laden, bisher machen wir alles immediate, ne, also, was wir auch machen können, ist, wir könnten zum Beispiel den Wert einer Speicherstelle in den Akkumulator laden, ja, ähm, wir könnten das rechnen, und wir können das wieder rausschreiben, erinnert ihr euch noch, was mussten wir bei unserem Fraktal machen, wir mussten da ganz viele Pokes und Peaks machen, ne, wir mussten also, ähm, Speicherstellen, irgendwie beackern, und das können wir natürlich hier super einfach machen, ja, wir können ganz einfach, ähm, den Befehl, der heißt STA, für Store Akkumulator zum Beispiel, ähm, damit können wir den Inhalt des Akkumulators an eine Speicherstelle schreiben, also STA kriegt einen Parameter, und zwar 2 mal 8 Bit, also 16 Bit, und an der, die Speicherstelle schreibt es was raus, also unser Poke zum Beispiel, das ist ganz einfach, wenn wir irgendwie, äh, Poke gemacht haben in Basic, also meinetwegen, wir hatten einen Befehl in Basic, der sah so aus, was weiß ich was, ähm, äh, Poke, ähm, an irgendwie so eine Stelle, das ist jetzt ein, ne, passt gerade noch so, 23.000, die, die Stelle, Sache 45, das ist, das sagt natürlich, fehlerhaft, äh, das lässt sich ganz einfach übersetzen, ne, also wir laden jetzt die 45 in den Akkumulator, ne, 45, und anschließend, hauen wir das ganz raus, STA, da habe ich STA, gedacht, ich meine natürlich STA Store, Akkumulator an die Stelle, äh, 3, 5, 6, 2, wenn ich es jetzt unbedingt dezimal schreiben möchte, ja, ähm, und das werden, das brauchen wir, um unsere Grafik zu aktivieren, also zum Beispiel Grafik zu aktivieren, ist ziemlich einfach, ja, ähm, das heißt, ähm, also, den High-Res Grafikmodus, ja, und genauso ähnlich werden wir dann hinterher auch den Bildschirm clearen, und da werden wir dann ja sehen, ob das eine ganze Ecke flotter läuft, ne, machen wir das mal wieder weg, bevor, äh, ich noch versehentlich die Maschine kille, ja, ähm, kann der Assembler in, äh, gelabelte Adressen, ja, äh, das geht auch, also, man kann auch, das nächste, was man machen kann, was auch ziemlich praktisch ist, bei, bei diesem Assembler, äh, ist zum Beispiel, man kann, ähm, ähm, erst mal versuchen, da vorzukommen, äh, man kann, äh, Konstanten definieren, das geht ganz einfach, man kann zum Beispiel, äh, tippt man einfach, also zum Beispiel, wenn ich, sagen wir mal, äh, 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 clear screen haben will, ja, äh, clear screen nenne ich das jetzt mal, ich überschreibe gerade alles munter, hauptsache, ich merke mir, eh, 544, dann sage ich, okay, die clear screen Adresse ist eh, äh, 544, ja, das schreibt er mir dann so um, und jetzt kann ich das einfach benutzen, ja, jetzt kann ich Jumpsuckroutine, äh, CS, ja, ähm, auch das wiederum, das ist jetzt nicht, wir erinnern uns, ne, ich hab das hier erzählt, Variablen, unglaublich teuer in Basic, ne, das hier ist free zur Laufzeit, ja, das, das, das führt einfach zum selben Code, also können wir auch leicht ausprobieren, wenn wir das Ganze assemblieren, ja, dann sieht man jetzt auch auf einmal, der hat ja immer so Pass 1, Pass 2 und so weiter, und in dem Fall hat er es jetzt sogar in Pass 1 abgeräumt, ja, aber manchmal sieht man, dass dann Pass 2 kürzer ist, weil er dann diese, diese Dinger beseitigt, ne, also das ist jetzt von 0 bis F, ja, äh, gehen wir nochmal zurück, also erstmal, äh, das läuft genauso wie vorher, ja, also, verifizieren wir erstmal das, dann erklärt den Bildschirm, dann anschließend schreibt er die Fs rein, ne, so, und jetzt schreiben wir das wieder direkt rein, ähm, äh, das war, 544, äh, E544, und machen die Zeile da oben hinweg, ähm, ja, und esamlieren das Ganze, ne, äh, das ist jetzt, war das eben auch F, ich dachte, da wäre eben D gewesen, ich hoffe, da war auch F, äh, sollte nämlich dasselbe rauskommen eigentlich, äh, okay, ähm, ja, also, warum, weil der, ähm, Assembler einfach hingeht, ich, ich füge das mal wieder ein, ähm, und zwar, im Moment habe ich, habe ich Insert Mode Archiv, ne, habe ich nicht, aktivieren wir es mal, Insert Character, genau, äh, können wir nämlich endlich mal da vernünftig drüber schreiben, also, äh, Clear Screen, gleich, äh, die Adresse, ne, äh, E544, äh, wie kriege ich ihn jetzt dazu, dass er dann seinen Umruf macht, da gibt es auch irgendein, irgendein Shortcut für, ist das irgendwie, Command Return, ja, Command Return ist das, äh, so, jetzt ist er das J da noch wegmachen, wenn das wieder gültiger Code ist, da CS hinschreiben, äh, äh, okay, das muss natürlich weg, CS, die Zeile hier wegmachen, das Ganze nochmal machen, okay, ne, 2000F, also, das heißt, es hat dieselbe Länge, ist jetzt programmisch nicht länger geworden, und das liegt eben daran, dass diese, da kann ich jetzt auch nicht mit rechnen, also, ich kann jetzt hier jetzt, äh, also, ich kann schon rechnen, witzigerweise, also, ich kann jetzt hier schreiben, plus 5 oder sowas ähnliches, das geht, oder plus 2, ja, ich kann sogar hier rechnen, ja, also, auch das, äh, kann ich machen, äh, äh, also, ähm, hier zum Beispiel plus 2, ja, auch, auch das frisst der, ja, äh, ich assembliere das mal, ich führe es aber jetzt nicht aus, äh, aus gutem Grund, und man sieht auch da ist das Programm nicht länger geworden, also, da ist nichts mehr passiert, ja, einfach weil der Assembler hingeht, und, das ist für ihn define, ja, also, das ist jetzt keine Variable in dem Sinne, sondern es ist einfach nur ein Alias, so ein anderer Name dafür, und der geht halt hin, und er setzt in, äh, im Code überall, wo jetzt cs drin vorkommt, ersetzt er das, äh, durch diesen Text, und dann wird das erst übersetzt, ja, und, und auch wenn ich hier zum Beispiel sowas reinschreibe, wie plus 2, oder nochmal von mir aus mal das cs, oder sowas ähnliches, ja, und assembliere das, dann, äh, gibt es ein Problem, äh, sagt er illegal quantity, äh, achso, weil das, weil das dann zu groß wird, also, er setzt das jetzt direkt, ne, und dabei merkt er schon, äh, dass diese Zahl hier, äh, dass die, dass die nicht gültig ist, ja, ist klar, vielleicht sollte ich nicht mal verwenden, habe ich sowieso mal stehen, also, ne, die, die ist ja zu groß, ja, also das heißt, ähm, wenn ich das jetzt assembliere, ne, ne, dann sieht man wieder, es ist immer noch genauso lang wie vorher, ja, weil er eben diese, diese arithmetischen Operationen, die ich da drin habe, die hat er halt, der Parser sich halt reingepfiffen, und der hat das direkt ausgeführt, das ist super praktisch, ja, werden wir auch später noch benutzen, und auf die Art kann man sich halt eben, ohne, äh, dass das Programm, der Quelltext vom Programm wird natürlich länger, ne, aber das ausführbare Programm, da ändert sich gar nichts, weder performance-mäßig noch, äh, in der Länge, weil es einfach dasselbe ist, kann man da auch shiften, äh, ähm, jetzt, mh, also, ähm, gibt es auf jeden Fall Operationen, ähm, inwiefern, ob das, ob man jetzt hier, also auch, ähm, also meinst du jetzt shiften als, ähm, als Mnemonic, Bit-Shift, oder, ähm, meinst du jetzt Bit-Shifts, äh, auf, auf den Konstanten, die zur Compile-Zeit ausgewertet werden, gibt es eventuell auch, ich muss gestehen, ich, bin auch noch relativ neu, bei diesem Turbo-Assembler, ja, ähm, äh, ich vermute, dass das geht, ja, ähm, aber ich weiß jetzt einfach gerade nicht, nicht, wie der Befehl dazu ist, irgendwie, ist es vielleicht sogar in, gucken wir nochmal, also auf jeden Fall auf der, ähm, auf der einen Seite, ich gehe mal kurz zurück, wir sind schon ein bisschen over time, aber das können wir noch gerade machen, ähm, also auf der Webseite, die ich euch eben zwischendurch mal gezeigt habe, ich gucke mal, ob ich es noch irgendwo offen habe, von diesem, äh, hier, das ist er, da steht es irgendwo drin, Docs, ist echt ein bisschen schwer zu finden, ich glaube, man muss hier auf Editor klicken, nee, das sind nochmal die Shortkeys, ähm, äh, äh, ich, ich muss da auch immer zigmal rumklicken, weil ich finde das irgendwie super unübersichtlich, aber irgendwo habe ich es dann auch gefunden, ähm, ne, nicht Overview, hier sieht man übrigens nochmal, wofür die anderen gut sind, ne, also zum Beispiel dieses TPM plus REU, das ist, das ist die, ähm, das ist die Speichererweiterung, ja, hier sind also diese drei Speichererweiterungen, ähm, die gibt es für den 64er, also jetzt von, ähm, von Commodore, die hat, ähm, die, die haben, die Zahlen dahinten haben nichts damit zu tun, ja, also die, äh, 17, ähm, das ist die Speichererweiterung für den 64er, die, da kriegt man 128k, die 1700 ist, äh, ne, Moment, äh, langsam, langsam, ne, das ist falsch sage, das ist die 1750er, die ist für den, ähm, 128 eigentlich gedacht gewesen, die hat 512k, das ist die mit 128k und die 1764, die mit 256er, aber wie dem auch sei, also jetzt seht ihr, was die anderen machen, ja, das ist für Dual Systems, das heißt, äh, das ist glaube ich, das ist glaube ich, der für, äh, coding occurs on one machine, an assembly data is transmitted over custom cable to second machine, deswegen sind da mehrere auf der Diskette drauf, äh, so, und jetzt gucke ich nochmal, ob ich gerade, ähm, die Erklärung finde, äh, oder wieder auf den anderen Seite, hast du es gefunden? Ach hier, ähm, genau, okay, äh, Expressions plus minus mal geteilt bitwise end, nein, okay, also zumindest hier sehe ich sie jetzt nicht, ähm, die Operatoren haben wir, ne, und die werden eben zur, zur, äh, Compile-Zeit werden die ausgewertet, ne, hier sieht man es auch, ähm, was man so machen kann, also alles, was sozusagen zur Compile-Zeit feststeht, kann man da mehr oder weniger reinschreiben, ne, meine guten Bit-Shift ist jetzt halt, äh, kannst du die auch selber basteln, da es zur Compile-Zeit ist, ähm, multiplizierst es einfach mit zwei, ne, ähm, dann, 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 also, dann hast du ein Bit-Shift um eins, ne, also, das heißt, das, das kann man sich ja relativ leicht basteln, ähm, und, äh, an der Stelle ist es dann auch nicht so schlimm, dass, dass es halt eine Multiplikation mit zwei ist, weil es eben ja zur Compile-Zeit ausgewertet wird, ne, ähm, aber wahrscheinlich ist das auch die, die, der Grund, warum man, ähm, warum man es nicht drin hat, ja, also, äh, das jedenfalls ist eine andere sehr praktische Eigenschaft, die viele Assembler haben und insbesondere diese auch, also man kann, äh, schon mal, äh, Label definieren, das ist im Prinzip auch ein Label, aber, ähm, ich sehe das eher wie so ein Define, ja, und das kann man dann später benutzen, super praktisch, ja, und hier vorne haben wir halt, äh, ne, sozusagen eine andere Art von Label, die man dann halt hinterher anspringen kann, das ist auch ein Define sozusagen auf ne, auf ne Zeilennummer, so, wie man so geht, ähm, so ein Kastenkabel aus, das kann man irgendwo auch nachlesen, das habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, ehrlich gesagt, äh, äh, wie das funktioniert. Der Vorteil natürlich ist, wenn man es auf einer anderen Kiste ausführt, dass dann, wenn man irgendwie Mist macht, nicht die Maschine abraucht, auf der man sitzt, und zweitens, hängt dann auf der, der Zielmaschine, der, ähm, Assembler nicht im Speichern, ne, also, äh, dafür ist es natürlich ziemlich praktisch, ähm, um wirklich den ganzen Speicher nutzen zu können, wenn man es auf einer anderen Maschine ausführt, ja, einfach mal gucken, also, die, die sind nicht kompliziert, also, das ist, äh, ich denke, das ist einfach ein Kabel, wo halt irgendeine 1 zu 1 Verdrahtung, also jetzt nicht 1 zu 1 Pin zu Pin, aber, ne, wo man halt immer einen Pin auf irgendeinen anderen legt, ähm, wird man sicherlich irgendwo hier eine Doku finden, ja, aber ich würde mal tippen, dass es am Userport ist, ja, denke ich mal, du wirst ja nicht, wo man es sonst hinpacken sollte, ähm, also sicherlich nicht an den, äh, an den Serialport, und sicherlich auch nicht an den, äh, äh, ne, denke müsste am, müsste am Userport sein, ja, wie dem auch sei, ähm, äh, kann man in den, in dem CS speichern, sowas wie Start CS, oder muss man dann, äh, 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 was ist, was ist bei dir CS, äh, der Stack, oder was, ähm, ist ein Stratus-Kabel, das ein paar Pins am Userport, okay, oder das ist sogar 1 zu 1, ja, ähm, äh, also du kannst, du kannst den Program-Counter verändern, äh, und du kannst auch, äh, am Stack-Point herumfummeln, wenn du die beiden meinst, ähm, also man kann, glaube ich, das, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, äh, eins der beiden, entweder X oder Y, ich glaube Y, äh, 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 kann man nach, ach so, der CS, so meint das CS hier, okay, ähm, kannst du das verändern, ähm, ne, ich glaube nicht, ich glaube, das darfst du nicht, also wir können es mal ausprobieren, aber ich glaube fast, äh, du darfst das nicht ändern, gucken wir mal, also wäre natürlich immer noch, ne, wäre ja zur Compliance ein Problem, ne, weil man halt springt, aber ist egal, äh, gucken wir mal, was passiert, wenn ich was anderes reinschreibe, akzeptiert er hier noch, äh, sagt er wahrscheinlich sowas wie existiert schon, oder sowas ähnliches, double defined sagt er, ne, das ist der Fehler, error in line 4, double defined, ne, kann es nicht machen, hätten mich auch gewundert, äh, das einzige, das einzige, was man, was man nochmal beschreiben darf, ist der, ist der, äh, Programm Counter, ja, also das, der Programm Counter ist ja dieses, äh, dieses Sternchen, und den darf man zu jedem beliebigen, Zeitpunkt, äh, verändern, also das ist gültig, ja, der wird ja am Anfang einmal, äh, immer gesetzt, also auf, auf, auf Hex 2000 in dem Fall, ne, und, äh, den kann ich an der Stelle ändern, und das ist natürlich böse, was ich da tue, deswegen, nehmen wir es mal ganz schnell wieder weg, also jetzt einfach mal den Programm Counter, so eine Random Adresse zu setzen, ähm, aber, ja, würde gehen, okay, können wir nochmal abspeichern hier, ähm, speichern das von mir aus, überschreiben wir mal unser Second, ne, gut, okay, ich denke, damit haben wir es erstmal, ähm, für heute, sind jetzt schon eine halbe Stunde drüber, ähm, was haben wir gelernt, nochmal, ne, Assembler besorgen, Assembler ausführen, ähm, und so ein bisschen kleines Programm schreiben, was machen wir als nächstes, gucken wir mal, dass wir ein klein bisschen rumrechnen, ähm, dass wir uns auch mal so ein bisschen vertraut machen, wie kommen wir, wie, wie kriegen wir Fließkommakram hin, äh, wie können wir mit den Loops, äh, was machen, wie können wir, was gibt's noch für nette Stellen, an die man mit, äh, Store was hinschreiben kann, als Beispiel, wie aktiviert man den Grafikmodus, und, wenn wir das einmal haben, dann, ne, wir brauchen im Prinzip ja nur drei Komponenten für unser Fraktal, ne, Grafikmodus aktivieren, deaktivieren, das ist eins, das zweite ist, äh, Bildschirmclearen, ne, und allein das hat ewig gedauert, im Basic, und das dritte ist einfach, ähm, ja, das Fraktal reinhauen, wobei, streng genommen können wir uns das Clearen sparen, äh, nur den Color Buffer müssen wir clearen, ne, wir können uns theoretisch das Clearen sparen, weil das Fraktal überschreibt ja auch, äh, also der Fraktalcode überschreibt auch alles, ne, ähm, ja, und dann, dann sind wir eigentlich durch, und dann schauen wir mal, wie das so performt, ich denke aber, wenn wahrscheinlich noch ein paar Stunden brauchen, ähm, wie immer, äh, da im Moment bei mir viel zu tun ist, kann ich nicht genau sagen, weil ich das nächste Mal streame, ein bisschen Discord, ähm, watchen, da poste ich das im Allgemeinen ein paar Stunden früher, und ansonsten seht ihr ja, wenn ich online bin, äh, wenn er einfach subscribt. Okay, noch Fragen? Für heute, ähm, für die nächsten drei Minuten, jetzt können wir auch die halbe Stunde noch voll machen, ein Uhr, ähm, wenn es noch irgendwelche dringenden Fragen gibt, dann her damit, ansonsten, ja, es nicht so ist, für die, die später zugeschaltet haben, ich empfehle halt eben, dieses lustige Buch hier, für Kinder, ja, ähm, Assembly Language for Kids, äh, einfach mal durchzugehen, ähm, das, was ich gesagt habe, jetzt so ein bisschen im Schnelldurchgang, wird da auch noch mal was langsamer und ausführlicher erklärt, ähm, ich fand es wirklich so, beim Überfliegen nett, äh, ist, bis auf, eben diese Tatsache, dass man im Prinzip direkt zu Kapitel 5 gehen kann, weil die Kapitel davor alle sich darum drehen, welche Oddities irgendwelche Assembler haben, die man sowieso gerade nicht benutzt, ja, ähm, na, ob es jetzt für Kinder geeignet ist, ist noch eine andere Frage, also müssen schon ziemlich krasse Kids sein heutzutage, damals hat das vielleicht funktioniert, gut, okay, sonst haben wir nichts, dann wünsche ich euch noch alles Gute, bleibt gesund, ja, und, ähm, ich hab auch keine Lust zu Raiden, ähm, irgendwas, ähm, ähm, ja, um 1 Uhr, sollte vielleicht einfach mal schlafen gehen, gut, also, dann bis zum nächsten Mal, ne, äh, wir sehen uns dann vielleicht wieder hier, und, ähm, ja, dann, ciao, und,